Und ich würde sagen, wir starten. Herzlich willkommen zum Dezember-Seminar Weinentdecker-Wissen. Thema ist heute Burgunderwunder. Wir sind heute nicht am ersten Donnerstag im Monat, sondern am zweiten. Den ersten haben wir der Nationalmannschaft überlassen. Das hat ja nur so halb geklappt. Umso schöner, dass ihr alle da seid. Es ist Dezember und wie auch im vergangenen Jahr im Dezember schalten wir uns heute alle aus Bodenheim zu. Also zumindest die liebe Christina Fischer, die ich heute sehr begrüße, durchs Programm führt und den Jörg Schweitzer. Hallo Jörg, mein Kollege. Also wir sitzen alle im gleichen Raum. Das hat schon fast Tradition im Dezember. Und wir kriegen heute tatkräftige Unterstützung von der Alison Flemming, Ikem Viehhauser Julia und Benedikt Baltes und der Daniel Deckers von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und wir haben volles Programm, deswegen gebe ich jetzt nochmal schnell kurz an Jörg, bevor wir dann loslegen. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis später. Jörg? Ja, von meiner Seite auch herzlich willkommen. Und ich will auch mich ganz kurz fassen und wie immer kurz nochmal das Prozedere mit den Weinen erklären. Wir werden drei verschiedene Weine heute probieren, allerdings nicht spezielle Weine, sondern wieder nur die Weintypen. Ich gehe davon aus, dass ein Großteil der Zuschauer das alles schon kennt. Und ansonsten bleibt mir nur übrig, das zu sagen, dass der Andreas und ich wir uns um den Chat kümmern. Wenn Fragen sind, bitte im Chat oder in die Frage-Antwort-Funktion stellen. Und wir wollen uns bemühen, die Fragen zu beantworten. Christina, leg los. Herzlichen Dank. Wunderschönen guten Abend zusammen. Also wir haben heute den wunderbaren Titel Burgunderwunder, der uns umgibt. Und was hat es auf sich mit diesem Burgunderwunder? Es geht einfach um Burgunder in Deutschland und wir haben eine ganze Menge illustrer Gäste. Ich freue mich total, dass ihr alle dabei seid. Alison Fleming, Master of Wine, wird uns die deutschen Burgunder aus internationaler Sicht ein bisschen näher bringen. Alison Fleming war die erste Frau, die in Deutschland den begehrten Titel Master of Wine tragen durfte. Es ist eine sehr anspruchsvolle Prüfung und dieser Titel wird eigentlich nur für umfassendes und herausragendes Weinwissen vergeben. Und es gibt auch nur 420 MWs weltweit im Moment. Das ändert sich immer mal in 30 Ländern und zehn davon gibt es in Deutschland. Alison, du bist verheiratet mit Chef Bernd, Chef, also Küchenchef Bernd, der seine Lehrjahre bei Mosiman und Marquesi zugebracht hat und hat später im Frankfurter Hof einen eigenen Stern gekocht. Und dann bist du nach diversen Ausflügen in der Industrie, also in der Weinindustrie und anderen Stationen mit deinem Mann heute unterwegs in einem Format Taste by Fleming, also wo Master of Wine, nämlich du und der Chef die Cuisine, Veranstaltungen organisieren. Alison, wie bist du eigentlich zum Wein gekommen und was fasziniert dich denn so an dieser Branche? Vielen Dank, Christina. Also ich würde sehr gerne sagen, dass es alles einen großen Plan gab und dass ich immer gewusst habe, dass ich in der Weinindustrie wollte. Aber es war wie öfters in diesem Leben. Das war eine Reihe von glücklichen Zufällen. Ich befand mich im Norden Schottlands und ich brauchte einen Job. So habe ich mich um eine Stelle als Assistentin zum Einkaufsdirektor beworben und das war dann für eine große Whisky-Unternehmen. Aber sie hatten auch Groß- und Einzelhandel mit Wein. Und so habe ich in der Weinwelt angefangen und das war eigentlich, da habe ich gedacht, okay, alles kommt jetzt für mich zusammen. Ich habe Sprachen studiert, so konnte ich mindestens mit den Wein-Namen ein bisschen was anfangen, mindestens auf Italienisch, Deutsch und Französisch. Die habe ich dann einigermaßen richtig ausgesprochen. Und dann kamen andere Sachen zusammen, auch mit der Sensorik. Da habe ich immer es geliebt. An dem Kochtopf, als ich ein junges Mädchen war bei meiner Mutter, habe ich dann immer gerne gerochen und geschnuffelt und gegessen und getrunken. Also getrunken, nicht aus Kind natürlich. Und dann bei meiner ersten Faktverkostung habe ich verstanden, dass ich überhaupt nichts verstehe. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss es sich was ändern. Und habe ich angefangen, über Wein zu lernen. Und es gibt über die Wine and Spirit Education Trust die ganzen Prüfungen, die man machen kann, bis zum Punkt, also dieses Equivalent von Wein-Akademiker, was man hier in Deutschland kennt. Und danach habe ich gedacht, okay, es gibt weiter. Und das ist diesen hohen Berg, den ich erklettern möchte. Und das war Master of Wine. Und das habe ich dann gemacht. Das war in 1998. Und das nächste große Ereignis in meinem Leben war dann, meinen Mann kennenzulernen und mich in einem Koch zu verlieben. Und das kann ich sagen, wenn man sehr gerne isst, ist das eins von den besten Sachen, die man machen kann. Und wenn man euch beide zusammen sieht, kann man ganz trefflich sagen, dass das stimmt, liebe Alison. Ja, ja. Das ist eine sehr, sehr schöne Kombination. Und was fasziniert mich an dieser Welt des Weines, es geht insbesondere um diese Dynamie. Es bleibt nie still. Es gibt immer irgendetwas Neues, andere Richtungen, andere Entwicklungen. Das macht richtig viel Spaß, das alles zu entdecken. Und die andere Sache sind die Menschen, die hinter diesen Weinen stehen. Was sind deren Herausforderungen? Was sind deren Geschichten? Was haben sie zu erzählen? Warum schmeckt der Wein genauso, wie er schmeckt? Und das ist etwas, was ich sehr gerne entdecke und dann selber die Geschichten weitergebe. Und deswegen freue ich mich sehr auf diesen Abend mit Begunderwunder. Und wir haben drei interessante Weine zu probieren und werden sicherlich einiges entdecken. Das denke ich auch. Ein weiterer Gast, über den ich ganz stolz bin, ist Dr. Daniel Deckers, der uns heute Abend mit der Historie der Burgunder in Deutschland ein bisschen vertraut machen wird. Dazu gibt es viel zu lesen, aber irgendwie nicht so richtig ganz tolle Sachen. Und deswegen freuen wir uns, dass du heute etwas Licht in das Dunkel dieser Welt der Historie bringst. Und dein Weg ist völlig anders, lieber Daniel. Nach dem Studium der katholischen Theologie in Freiburg, in der Schweiz, in Bonn, in Bogota und aber auch in Köln hast du schließlich promoviert an der Jesuitenschule in St. Georgen in Frankfurt am Main. Aber irgendwann wurde neben dieser Laufbahn auch der Journalismus geweckt, beziehungsweise die Lust am Journalismus. Du bist 1993 in die politische Nachrichtenredaktion der FAZ eingestiegen und bist heute verantwortlich für die Berichterstattung über die katholische Kirche in Deutschland. Und jetzt kommt es eigentlich für mich. Du lehrst außerdem die Geschichte des Weinbaus und des Weinhandels an der Hochschule Geisenheim. Und jetzt ist meine Frage natürlich aus der Theologie kommend. Wie wurde dein Interesse an der Historie des Weinbaus und des Weinhandels geweckt? Ja, guten Abend erstmal aus Frankfurt. Ich könnte natürlich jetzt viele Geschichten erzählen. Ich bin geboren, also groß geworden in Köln, bekanntlich das Weinhaus der Hanse. Und wer schon sozusagen im Grundschulalter ministrieren gelernt hat, der hatte natürlich fast jeden Tag Kontakt mit Wein. Also die ganze Mystik, die dieses Getränk umgibt, ist mir gewissermaßen in die Wiege gelegt. Davon habe ich allerdings lange nicht Gebrauch gemacht, sondern ich bin eigentlich erst relativ spät zum Wein gekommen. Ich gehöre so zu der Kohorte, die, ich sage mal, über Jahrzehnte hinweg besinnungslos über diese A61, die Mosel-Autobahn gefahren bin und hatte für das, was ich unten unterhalb dieser großen Mosel-Schleifenbrücke abspielte, eigentlich nichts übrig, bis ich mal wirklich unten gestanden habe und mich diese Faszination dieser Landschaft ergriffen hat. Und da bin ich auf zwei Menschen gestoßen, die mir die Augen geöffnet haben, also für die Weine, die da entstehen. Das war Reinhard Löwenstein und Andreas Barth. Und seitdem komme ich von dem Wein nicht mehr los, wobei ich sage muss, ich schreibe sie nicht, das ist ja selten, über Weine als solche, sondern ich schreibe halt über die Geschichte oder das Making-of. Und all die Krisen und Veränderungen, denen der Weinbau ist, eine wahnsinnig dynamische Form der Landwirtschaft unterliegt. Und das unterrichte ich seit acht Jahren auch in Geisenheim, jeweils im Wintersemester. So viel. Ja, es hört sich alles ganz prima an und wir sind sehr gespannt. Ich freue mich, eine weitere junge Dame begrüßen zu dürfen. Ikem Viehhauser aus dem Weingut Huber in Malterdingen. Und Ikem, du bist in Hamburg geboren, mit Gastronomie und Kulinarik aufgewachsen. Dein Name, ja, der sagt irgendwie, dass deine Eltern was mit Wein zu tun hatten. Also ganz richtig. Ich glaube, jeder weiß jetzt Bescheid. Du bist deinen Weg gegangen, hast dein Studium an der Fachhochschule Geisenheim in der Logie und Weinbau gemacht, warst nach Stationen in Australien und auch bei Dageno. Also hast du, glaube ich, immer versucht, den kleinen Betrieben Fuß zu fassen, damit du mit den Chefs oder mit den Winzern persönlich auch Kontakt haben kannst und dich austauschen kannst. Und ich glaube, du bist zu einer Zeit ins Weingut Huber gekommen, als du mit Bernhard und Bärbel eigentlich noch ganz engen Kontakt hattest und wirklich viel auch aufnehmen konntest und hast viel mitgenommen oder bist eigentlich immer noch ganz wichtig dort. Und als ich dich fragte, was denn deine Position sei, ja, da haben wir ein bisschen überlegt. Eigentlich gibt es keine richtige Position und ich ordne dich jetzt einfach mal irgendwie ein. Für mich bist du irgendwas zwischen Spiritus Rector und Mädchen für alles, weil das Letztere klingt immer so ein bisschen einfach, aber eigentlich wissen die Mädchen für alles immer ganz genau Bescheid. Aber mit dieser ganzen Verantwortung kamen natürlich viele Projekte ins Spiel und neue Projekte und dein Wunsch irgendwie auch einen eigenen Wein zu machen. Wie kannst du das heute umsetzen? Vielen Dank für die Einladung und die tolle Einleitung, liebe Christine. Auch für das tolle Thema, wo grunder Wunder, auch wenn es am Anfang etwas plump klingen mag. Aber ich glaube, dieses Wunder hat mich schon immer irgendwo angetriggert. Schlussendlich aufgewachsen mit Genuss und vielen Emotionen. Und beim Wein habe ich früh gemerkt, dass diese Emotionen durch das Glas mit den Menschen teilend in der Natur seien, eine ganz, ganz tolle Kombination Lebensaufgabe und Berufung für mich ist. Und viel im Keller arbeitend schlussendlich auch das Bedürfnis gehabt, selbst einfach mal im Weinberg Dinge auszuprobieren, Spätburgunder zu pflanzen, zu sehen, welche Gegebenheiten die Rebe wie wachsen lassen, wie die Rebe reagiert und wie wir dieses Interagieren zwischen Mensch, Natur sich umsetzt. Und ich glaube, für mich die Kombination aus Teamarbeit, Arbeiten in der Natur, Zyklus mit der Natur und schlussendlich für mich in einer wahnsinnig anspruchsvollen Rebsorte, die Burgunder mit sich bringt, vereinigt. Ja, also von daher ein bisschen ein kleines eigenes Projekt mit einem kleinen Weinberg, sodass es in Handarbeit möglich ist, aber schlussendlich das ganze Herzblut und die Liebe im Weingut Huber und da auch sehr, sehr von profitieren dürfen durch den ganzen Austausch, der seit 16 Jahren dort stattfindet. Prima, wunderbar. Und wir gehen zu einem anderen Burgunder Weingut. Und zwar gehen wir, besuchen wir jetzt Julia oder beziehungsweise wir sehen sie vor uns, Julia Bertram und Benedikt Baltes. Bertram Baltes lautet der Name eures Weingutes jetzt, Dernau, also in Köln gleich ums Eck sozusagen. Und ja, wie begann das alles? Ich glaube, ihr seid so wie eins der Winzer-Ehepaar, die sich in Geisenheim kennengelernt haben. Ihr habt beide dort studiert, beide von der A kommend. Und Julia ist dann, glaube ich, während des Studiums oder nach dem Studium sogar deutsche Weinkönigin geworden. Wir haben uns dann irgendwann in den folgenden Jahren kennengelernt, als du unter deinem Mädchennamen, Julia Bertram, eigene Weine, du hast eine eigene Weinlinie kreieren dürfen, haben deine Eltern, haben dir die Zügel lang gelassen und haben dir gesagt, mach mal Mädchen. Und dann haben wir uns kennengelernt und ich war eigentlich sehr beeindruckt von deiner Art und Weise und wie du das angehst mit dem Thema Wein. Und du hast 17, die fünfte Generation übernommen, eures Weingutes. Und Benedikt kennen wir eigentlich aus einem anderen Anbaugebiet, nämlich aus Franken. Also da habe ich dich kennenlernen dürfen. Du hast dein Weingut dann schlussendlich 2019 verkauft, bist aus Klingenberg zurück an die A gegangen. Ihr habt euch zusammengetan mit der, also jetzt habe ich das Wichtigste eigentlich vergessen, eure Hochzeit. Die hat nämlich vorher stattgefunden. Also nicht wild, sondern ganz ehrlich, also Bertram Baltes lautet jetzt die Fusionierung des Familienbetriebes und ihr habt umgestellt auf ökologischen Weinbau und jetzt stellt es endlich auch auf dem Etikett. Und ich nehme an, dass Spätburgunder mit Qualitätsanspruch euer gemeinsames Ziel ist. Aber wie gedenkt ihr das denn jetzt gemeinsam umzusetzen? Nee, also ich kann ruhig anfangen. Also im Endeffekt muss ich tatsächlich sagen, hat es jetzt, glaube ich, ein Momentchen gedauert, bis wir beide hier gemeinsam angekommen sind. Weil als wir uns kennengelernt haben, war das, glaube ich, auch ganz schön und auch ganz gut für den Start, dass jeder so sein eigenes Projekt hatte. Wir haben natürlich immer an beiden Projekten auch zusammengearbeitet und uns ausgetauscht, weil es ja auch schon sehr viele Parallelen gab, sei es die Steillagen oder halt natürlich auch die Rebsorte Spätburgunder, wo bei beiden immer der Fokus lag. Aber trotzdem, glaube ich, war es ganz gut, dass jeder halt so sein Projekt hatte, wo er oder sie dann das letzte Wort hatte und sich dann da so ausleben kann. Und die letzten zwei Jahre hatten wir jetzt Zeit da auch, dass jeder hier seinen Platz finden kann. Und ich glaube tatsächlich, wir ergänzen uns da eigentlich ganz gut. Ja, also im Grunde genommen, Pinot Noir, das ist ja, wie soll ich sagen, auch irgendwo eine Königsklasse. Das ist viel auch versuchen, absprechen, sich mit dem Terroir beschäftigen, lernen. Und da war es eigentlich auch oft spannend zu sehen, was in Franken funktioniert hat, auf dem Buntsanstein und hier an der A. Wo gibt es Gemeinsamkeiten? Also das Gleiche macht, wo kommt das Gleiche raus und wo kommt beim gleichen Tun was Unterschiedliches raus? Also es war auch spannend zu entdecken für einen selber, wo das eigene Handwerk aufhört und wo das Terroir beginnt, weil wir uns halt immer eng abgesprochen haben und wussten halt selber genau, wo wir Sachen exakt gleich gemacht haben. Das war eigentlich spannend für beide Böden zu definieren, weil man das halt so genau merken konnte. Das stelle ich mir wirklich in der Tat sehr spannend vor und ich glaube, da werden wir nur einiges heute Abend hören. So, wir steigen um auf die Burgunder. Jetzt muss ich gerade mal gucken mit der Technik, wie das hier funktioniert. Und wir werden jetzt heute Abend über die Burgunder Rebsorten sprechen, aber wir werden sie nicht alle in der Gänze ansprechen. Also ich habe mir jetzt einfach mal hier so die fünf rausgesucht. Wir fangen an mit Oxarroir. Ich habe immer die Trauben abgebildet und auch das Blatt, weil dann kann man den kleinen Unterschied sehen. Weißburgunder da drunter eben auch das Blatt, was so ein bisschen tiefer eingebuchtet ist am Stiel. Der Grauburgunder, da seht ihr schon diese leichte Färbung und das Blatt ist ein bisschen zackiger auch. Das muss ich gerade mal gucken. Und dann ist es Chardonnay und Spätburgunder sind also diese fünf Sorten, auf die wir uns heute Abend so ein bisschen kaprizieren wollen. Könnte man vielleicht hier nochmal den Frühburgunder nennen. Mutationen vom Spätburgunder, eine ganze Kleinigkeit an der Ahr, gibt es auch nur 225 Hektar. So, und so sieht das jetzt aus, wenn wir das nochmal in Zahlen fassen. Der Oxarroir ist also eine Rebsorte, die auch wirklich keine ganz riesen Rolle spielt. Sie ist in Deutschland seit 1960 zugelassen, hat knapp 300 Hektar und macht damit 0,003 Prozent der Rebsorte in Deutschland aus. Also wirklich nicht so ganz viel. Chardonnay ist eine internationale Rebsorte, gehört zum Quartett der internationalen Weißwein-Rebsorten, Riesling, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Muscat und ist in Deutschland erst seit 1991 zugelassen. Vorher musste es im Versuchsanbau angebaut werden. Ich erinnere mich an Weine vom Weingut Knipser beispielsweise, aber auch Rebholz haben bereits früh mit Chardonnay angefangen. Sicherlich eine der populärsten Rebsorten der Welt findet man überall und zurzeit sind es ungefähr 2600 Hektar, die wir in Deutschland haben, was 2,5 Prozent der Rebsorte ausmacht. Die meisten Stöcke stehen in Rheinhessen, in der Pfalz und in Baden. Der Graubugunder ist ein 1000 Sasser, der überall erscheint. Es sind 7700 Hektar ungefähr. Es macht knapp 8 Prozent der gesamten Rebsortfläche aus und in Baden findet man 2200 Hektar, also richtig viel. Das sind fast 15 Prozent. Die Pfalz ist mit 1800 Hektar dabei, Rheinhessen mit 2000 und auch in der Nahe ist der Graubugunder zu finden. Der Spätburgunder, ja, liebt Kalkstein, Kalkmergel, kühlere Klimazonen, eben auch den Bunzernstein, den ich jetzt fast vergessen hätte, Benni, vielen Dank und macht 11800 Hektar ungefähr aus. Das sind 11 Prozent, 11,5 Prozent der gesamten Anbaufläche und in Baden findet man den Schwerpunkt am Kaiserstuhl natürlich, aber auch in der Pfalz, in Rheinhessen, Württemberg, im Rheingau. Aber natürlich prozentual gesehen ist die A das größte Spätburgunder-Anbaugebiet, was wir in Deutschland haben. Der Weißburgunder ist eine lebhafte Rebsorte, die oft auch benutzt wird, um Frucht dem Burgunder zeigen zu können, so eine leichte Feinfruchtigkeit. Er ist mit 6.000, knapp 6.000 Hektar mit 5,6 Prozent die gesamten Rebfläche vertreten und in Baden, ja, ist die Hochburg genauso wie Rheinhessen und aber auch die Pfalz. Also in allen Gebieten gibt es eigentlich Burgundersorten. So, ich stoppe das Ganze jetzt mal und ja, Ikem hat sowas Wunderschönes gesagt, als wir über die Burgunder sprachen. Sie hat gesagt, die Riesling-Renaissance hat eigentlich uns den Weg für das Burgunder-Wunder geöffnet. Es war die Wegbereitung dafür und dann habe ich mit allen euch Protagonisten oder lieben Gästen telefoniert und als ich mit Alison sprach, sagte sie mir, ja, Christina, ihr Deutschen denkt immer erst an Weißburgunder, Grauburgunder und Spätburgunder. Und jetzt lassen wir uns von Alison doch einfach mal sagen, wie denn die internationale Welt über das Burgunder-Wunder denkt, was in Deutschland gerade stattfindet. Also als Nichtdeutsche oder Zugezogene habe ich, wenn ich Burgunder, wenn ich Burgunder, das Wort Burgunder höre, dann denke ich immer an Burgunder in Frankreich. Und diese Weine sind ja aus Chardonnay und Spätburgunder, also Pinot Noir gemacht oder benefiziert und nicht aus Weißburgunder und Grauburgunder, was man ja auch in Deutschland findet. Und Nichtdeutschen kennen Deutschland als Rieslingland. Das ist das Land, was sowieso am meisten hier anbaut mit über 25.000 Hektar. Und das ist auch am beliebtesten in Exportmärkten. Und man soll aber nicht vergessen, dass eigentlich Burgunder ist jetzt, wird wichtiger und wichtiger mit fast einem Drittel der ganzen Reetfläche hier in Deutschland. Und Weißburgunder, da ist mehr Weißburgunder hier in Deutschland als in allen anderen Ländern. Grauburgunder ist die Nummer zwei nach Italien mit Pina Grigio und Spätburgunder ist das drittgrößte Anbaufläche in die Welt. Also die Burgundesorten werden schon wichtiger, aber weil Deutschland so ein kleines Weinland, sehr viel wird selbst getrunken. Das heißt, es gibt nicht sehr viel übrig zu exportieren. Dann wird es eine Weile dauern, denke ich, bis Burgunder wirklich in anderen Ländern außerhalb von Deutschland bekannt sind. Vielen Dank, liebe Alison. Ich weiß nicht, ob ihr schon was im Glas habt. Ich habe mir jetzt meinen Weißburgunder eingeschenkt. Mein Weißburgunder ist eigentlich so ein Einstiegsweißburgunder, ein Weißwein für jeden Tag. Etwas leichtes mit zwölfeinhalb Volumenprozent, fruchtbetont, frisch, unkompliziert. Es riecht überhaupt nicht nach Holz. Es hat eher so gelbe Früchte, zarte Früchte. Es ist moderat in der Intensität. Und eigentlich ganz genau das, was man sich so vorstellt, wenn man abends nach Hause kommt und irgendwie sich niederlässt und als aperitiven, wunderbaren, kühlen, frischen Einsteigerwein genießen möchte. Im Stahltank ausgebaut, hatte ich bereits erwähnt. Also unkompliziert, köstlich, irgendwie etwas für jeden Tag. Und ich denke, das ist auch so ein Wein, das ist dieser kuchtige Typ, der jeden wirklich genießen kann. Und das ist eigentlich für die breite Masse an Menschen. Da ist etwas, wo man wirklich sich freuen kann. Es ist in Stahltank ausgebaut, wie du sagst, und einfach nicht zu kompliziert, aber auch nicht so einfach und einfach ein super Einstieg in der Welt der wirkommende Sorgen. Und damit, glaube ich, geht es uns jetzt ganz gut, lieber Daniel, wenn wir dir zuhören dürfen, bei deinem Einstieg ins 19. Jahrhundert. Lieber Daniel, du müsstest noch dein Mikrofon einschalten. So, passt jetzt? Wunderbar. Bin ich jetzt gut zu hören? Ja, okay. Vielen Dank. Ja, Christine, das war ein wunderbarer Einstieg. Ich wollte das ein bisschen unterfüttern, dem frühen 19. Jahrhundert anfangen. Nicht, dass das Burgunderwunder damals schon begonnen hätte, aber zumindest, was man so sagen kann, ist, dass die drei wichtigsten Rebsorten aus der Burgunderfamilie, also Weißburgunder, Grauburgunder und auch Spätburgunder schon in Deutschland relativ früh im 19. Jahrhundert bekannt waren. Es gibt allerdings Artisten, die wollen wissen, dass man mit Spätburgunder schon rechnen muss in der Zeit, etwa von Karl dem Großen am Bodensee oder wie auch immer. Und neulich fand ich eine wunderschöne Behauptung am 5. November 2022 von dem Rahmen der glorreichen Rheingauer Tage. Lieber Daniel, Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche. Du hast leider deinen Modus von der Präsentation. Die Präsentation müsstest du nochmal umschalten. Okay, das geht wie? Ich sehe es auf meinem Monitor, sehe ich das eigentlich relativ... Nein, du siehst immer die Nachfolgefolie noch und das ist dann so klein. Deswegen vielleicht beendest du nochmal die Präsentation und startest sie nochmal neu. Sorry fürs Unterbrechen, aber sonst kann man vielleicht den Text auch wunderbar sehen. Dann müsste ich nochmal in die... Okay, was? Vielleicht einfach nochmal komplett zumachen. Ja, ich mache nochmal zu. Und jetzt nochmal in die Präsentation von... Oh, oh, das tut mir sehr leid, weil ich sehe etwas anderes als das, was Sie sehen. Vielleicht nochmal zu. Bildschirmpräsentation. Ich habe immer die Referenten an sich, das tut mir jetzt leid. Das macht aber nichts. Ich glaube, wir können das so lassen. Okay, versuchen wir es mal einfach so. Jedenfalls. Was zu finden war, war eine Behauptung, da ging es um Aßmannshausen, dass wir, da geht es um die Rheingauer Winzer, den Rotwein in Aßmannshausen seit dem Jahr 1108 hegen und pflegen. Das ist eine der typischen Behauptungen, wo Dinge, die man sehr, sehr viel später erst urkündig festmachen kann, in eine gewisse, eine graue Frühzeit zurückprojiziert, um der Gegenwart eine gewisse Dignität zu verleihen. Mein Argument ist immer, das eine ist die, sozusagen die Memoire, die Erinnerung, die man haben will, die die Gegenwart erhält. Und das andere ist die Histoire, die Geschichte. Und da sieht es doch etwas anders aus. Wo man im Rheingau auf sicherem Boden mit steht, ist Rotwein ab 1740, auch Spätburgunder, das heißt einige hundert Jahre später, als das, was man sich hier vorstellte. Was Sie hier sehen, ist ein Verzeichnis der Rebsorten, immerhin aus Naumburg an der Saale von Stadtrat Träner, der um 1840 rum eine Rebschule angelegt hat. Und er hat eben drei verschiedene Burgunder in seiner Rebschule drin. Einmal den Kläfener Blau mit den entsprechenden Synonymen, Klebrot, Burgunder, gut Blau genannt. Aber genauso den Ruhländer, Rheingau oder Grauer, Malvasia oder auch den Weißkläfen, das ist der weiße Burgunder. Und interessanterweise schreibt er aber den Weißburgunder eine leider erst seit wenigen Jahren bei uns eingeführte, für den Weinbau höchst beachtenswerte Sorte. Der Mann war ja prophetisch, weil in der Tat Weißburgunder heute an Saale und Strot gewissermaßen die Leitrebsorte ist. Was über Burgunder, den Pinot Noir sagt, sie passt auch für mittelgute Lagen, einen sicheren Ertrag. Der Wein ist süß, feurig. Man macht ihm aber den Vorwurf, dass er keine Haltbarkeit auf dem Lager hat, weswegen man ihm gern einen Zusatz von Nummer 17 und 19 gibt. Das sind ja Steckrotweine. Das ist im gesamten 19. Jahrhundert bis weit in den 20. Jahrhundert hinein ein großes Problem von Spätburgunder Wein, dass die entweder sehr hell sind in Deutschland, also optisch gar nichts mit klassischen Burgundern zu tun haben und gleichzeitig, dass sie nicht farbstabil sind. Das heißt, dass sie auf der Flasche oder eben schon im Fass ziemlich schnell zerfallen. Aber jetzt zeige ich Ihnen nochmal das, was man dann nach der Erfindung der Ampelografie der Rebsortenkunde dann über Burgunder schrieb. Das ist der Atlas der wertvollsten Traubensorten der beiden Brüder Goethe, von denen einer in Marburg an der Trau und einer in Geisenheim arbeitete. Das sind die wichtigsten Rebsorten mit wunderschönen Tafeln. Hier sieht man nochmal, Christina, so wie man im 19. Jahrhundert dann Reben gezeichnet hat mit der typischen Traubenform und der Blattform. Der Weißburgunder, die Beschreibung lasse ich jetzt mal weg, das kann man sich im Internet anschauen, wenn man es runterlädt, der Ruhländer mit den charakteristischen eingefärbten Trauben und dann natürlich der Pinot Noir mit den typischen Blättern. Hier ist es interessant zu sehen, dass der Wein so beschrieben wird, dass es volle Weine sind, dass sie auch sehr dunkel sind, aber immer die wertvollste Traubensorte für die Rotweinbereitung sind voll, überaus wohlschmeckend, von feinem, edlen Aroma stark und schwer. Das heißt, man wusste schon im 19. Jahrhundert, dass man mit der Pinot Noir-Traube etwas sehr, sehr Edles hat, aber das Problem ist, dass diese Rebsorte höchste Ansprüche an den Standort stellt und daher gewissermaßen einer natürlichen Konkurrenz zum Riesling stehen. Und das ist eben der Punkt, was man im 19. Jahrhundert an deutschen Spitzenbeinen suchte, war nicht Pinot Noir, geschweige denn, war Weißburgunder oder Grauburgunder, sondern Deutschland war Rieslingland. Die Hox und die Mosells, die es weltweit gab, die man zu den feinsten Speisen in den edelsten Menüs servierte, das waren ausnahmslos Rieslingweine, manchmal ein bisschen mit Orléans oder auch Tramina verschnitten. Also wenn man heute über Assmannshausen spricht, Sie sehen hier den berühmten Höllenberg und hier die preußischen Domäne, die in den frühen 20er Jahren gebaut wurde. So hat man dies in der Tat getan, um dem Rotwein die Ehre zu bereiten, aber Assmannshausen hatte im 19. Jahrhundert fast eine singuläre Stellung. Sehr interessant ist allerdings, dass man schon sehr, sehr früh im 19. Jahrhundert auf die Idee gekommen ist, auch den deutschen Burgunder in eine bestimmte Relation zu setzen zu dem Burgund aus Burgund, also dem Pinot Noir. Und es war interessanterweise ein Franzose, André Julien, der in einem seiner Bücher geschrieben hat, man behauptet, dass in guten Jahren die besten Weine ein wenig geringer oder wenig schlechter sind als unsere großen Weine der Rote Bourgogne. Und sie haben mit ihnen gemeinsam, dass sie in der Tat reifen können, aber er sagt, es gibt sehr, sehr wenig von denen, den Weinen einer exzellenten Qualität. Und es ist sehr, sehr schwer, sich in den Besitz dieser Weine zu bringen. Man muss sehr genau auf die Wortwahl achten. Er sagt, die allerbesten Weine sind in den guten Jahren ein wenig geringer als die großartigen Weine aus Burgund. Ich will sagen, es ist eine ausgesprochene Rarität und in der Tat spielen wirtschaftlich gesehen, spielen Burgunderweine sowohl der Pinot Noir wie auch die anderen beiden im 19. Jahrhundert so gut wie keine Rolle. Alexander Henderson, dessen Buch über die Weine der alten Neuen Zeiten man auch ins Deutsch übersetzte, er schreibt interessanterweise von André Julien ab und er schreibt das Gleiche. Er sagt, gute Jahrgänge der Assmannshäuser stehen den besseren Burgundersorten fast gleich. Allein bei der geringen Qualität, die davon gebaut wird, werden oft andere Sorten unter diesem Namen verkauft. Das ist allerdings kein Spezifikum für deutsche Rotweine, auch von den großen französischen Lafitte Margaux, wie sie alle heißen, wurden lange Zeit sehr viel mehr Weine verkauft, als unter diesem Namen, als gewachsen war. Nun gibt es aber jemand, der diese Analogie zwischen dem deutschen Pinot Noir und dem richtigen Burgunder in Abrede stellt. Es handelt sich um den Juror Henry Vizzatelli, der für die britische Regierung bei der Welterstellung in Wien verkostet hat und ein großartiges Buch geschrieben hat über Weine. Und er sagt, es vergesst alles, was ihr über deutsche Burgunder wisst. Es hat nichts damit zu tun, mit dem wirklichen Burgunder, weil, Entschuldigung, die Böden völlig unterschiedlich sind. And yet, Assmannshäuser is indisputably an admirable wine, although it is absurd to describe it as a resembling Burgundy. Und er beschreibt eben auch, dass diese Weine sehr schnell auf dem Fass oder auf der Flasche ihre Farbe verlieren. It often deteriorates after having been six months in bottle when it begins to lose its color. Ich will sagen, man streitet sich schon im 19. Jahrhundert darüber, ob es sich bei den Burgunderweinen, die am Rhein wachsen, um Rheinweine aus Burgundertrauben handelt oder Burgundertrauben, die am Rhein gewachsen sind. Und dieser Streit ist gewissermaßen ein epischer Streit. Das ist das Buch, aus dem ich gerade zitiert habe. Allerdings machte man natürlich schon im 19. Jahrhundert, versuchte man den großen Namen von Burgunderweinen zu kapitalisieren. Sie sehen hier eine kleine Preisliste von einem Weinhändler aus Ahrweiler und aus Frankfurt, der verkaufte um 1890 rum A Burgundy. Und das Interessante ist hier, wenn man die Preisstellung dieser Weine sieht, Sie sehen in der linken Spalte unten die A-Rotweine. So kann man sagen, schön, dass man sie hat, den Ahrweiler und den Walpotsheimer, sowohl im Fass als auch in der Flasche. Aber von den Preisen her können diese, obwohl es sehr seltene gesuchte Weine sind, ausgesuchte, können sie mit den großen rheinischen Ausleseweinen und auch mit den Spitzen von der Mosel überhaupt nicht mithalten. Das ist der Punkt, dass man sich in Deutschland, wenn man die Preisstellung anschaut, sehr schnell im Klaren war. Damit ist im wahrsten Sinne des Wortes kein Start zu machen. Sie sehen hier eine Preisliste aus dem Bremer Ratskeller um 1900. Da ist zwar der Assmannshäuser der teuerste Rotwein mit 4 Goldmark 50 und etwas teurer als der Oberingelheimer, eine Auslese, eine rote oder Ingelheimer und Affenthaler und Oberingelheimer. Aber auch hier zahlen sie für die teuersten Rieslinge doppelt, zum Teil mehr als doppelt so viel. Das Ganze lässt sich auch nochmal beobachten in einer Weinkarte aus dem Kuhhaus in Wiesbaden von Wilhelm Rute, wo die teuersten Rieslingweine buchstäblich in Gold aufgewertet werden. Das gibt am Ende bis zu 80 Goldmark für Ausleseweine. Da kommen selbst die französischen, die roten Bordeaux nicht mit. Die Burgunder werden, die roten Burgunder aus Frankreich werden durchweg niedriger handelt. Und auch hier ist es so, was die Preisstellung angeht. Sie sind für eine der besten Assmannshäuser aus den großartigen Jahren 1893. Sind sie also mit einer ganzen Flasche mit schlappen neuen Goldmark dabei. Da zahlen sie für die spitzen Rieslinge das fünf bis zum Teil zehnfache. Und hier auch die weißen Bordeaux, die roten Bordeaux, die es immerhin auch zu kaufen gab damals. Aber auch hier ein deutlicher Preissprung. Da will ich Ihnen ganz zum Schluss noch einen Fan vorstellen von Assmannshäuser. Es handelt sich um niemand anderen und niemand geringeren als Kaiser Wilhelm II. Wir haben es hier eine Strichliste geführt in der Hofkellerei 1918 im großen Hauptquartier in Spa. Der Erste Weltkrieg war verloren. Man glaubte noch nicht so recht dran. Man trank sich die Welt schön mit Piesbauter, mit Medoc, mit Mosel und mit Hattenheimer, Schlossvollratzer und seiner Majestät. Ganz oben links jeden Tag eine Flasche 1905er Assmannshäuser. Herzlichen Dank. Wunderbar, lieber Daniel. Herzlichen Dank. Bitte ich um Nachsicht wegen dieser Folien. Das ist völlig in Ordnung. So, meine Frage vielleicht an dieser Stelle an Alison. Wie ist der Blick von außen auf Burgunder in Deutschland? Eigentlich, du hast es vorhin noch ein bisschen so beschrieben, es geht hochwertig. Man sieht in Burgunder natürlich Chardonnay aus Burgund, man sieht Pinot Noir aus Burgund. Und wir haben jetzt gerade gehört, in Deutschland war es noch nicht ganz so hochwertig. Wie wurde, wie siehst du das aus deiner Sicht, liebe Alison? Alison, du müsstest den Ton einschalten. Ja, das Image von Weinen aus Frankreich aus Burgund ist natürlich sehr hochwertig. Aber diese Hochgeräte, also diese richtig, die Grand Cruze, Bon Roumenet, Le Chevalier und so weiter, das sind echt nur ein Mini-Mini-Anteil von den ganzen Weinen, die produziert werden. Aber Burgund ist auch nicht so groß. Das ist nur auch ungefähr 24.000 Hektar. Man muss aber gucken, wie werden Weine in Deutschland verkauft. Und ungefähr 70 Prozent aller Weiner werden entweder in einem Discounter oder in einem großen Supermarkt verkauft. Das heißt, man braucht Produzenten, die große Mengen hinter sich haben oder Winzergenossenschaften. Und das weist dann ein bisschen auf etwas industrieller Weinbau oder Winemaking als dann wirklich dieser Kleinteiliger. Im Burgund kennt man, das ist alles durch diesen napoleonischen Erbrecht. Das sind Kleinstparzellen. Und auch eine Parzelle kann anders sein, oben auf dem Bügel bis zum unten auf dem Bügel. Die Weine schmecken einfach anders. Das ist ein bisschen ein Minenfels. Man muss sich echt gut auskennen, um einen guten Jahrgang, einen guten Winzer und eine gute Lage zu kriegen. Aber Deutschland, ja, hier ist es vielleicht ein bisschen industrieller. Aber wir sind ja nicht in einer Blase hier. Es gibt andere Weinbauländer der Weltspätbegrunde insbesondere. Es ist eine Art heiliger Grau, die wirklich die Fantasie von so vielen Weinmakern, ehrgeizigen Weinmakern richtig fesselt. Und so gibt es auch in anderen, eher cooleren Regionen wie in Oregon, Willamette Valley oder zum Beispiel in Neuseeland, in Central Otago oder in Tasmanien. Es gibt viele Regionen, wo sie auch richtig schöne Burgunderweine produzieren. Und das Erfreuliche ist, wegen des Austausches, was es heute in der modernen Weinwelt gibt, dass auch in Deutschland die Winzerreden mit anderen, die haben ja auch Praktika oder Ausbildung in anderen Ländern gemacht. Und das ist das Schöne, dass es gibt ein richtiges Anstreben nach Top-Qualität in eher so die, also besonders in den kleinen Familienbetrieben. Und ich denke, wir werden schon ein bisschen was darüber hören von Bertram Baltes und von Weingut Huber heute Abend. Das denke ich auch. Und vielleicht noch mal ein kurzer Schwenk zu Dr. Daniel Deckers. Wie die Ausgangslage oder wie war die Ausgangslage vor Beginn des Burgunderwunders? Also diese historischen Rotweinregionen, Assmannshausen, Malterdingen, Ingelheim und zum Teil vielleicht auch die Südpfalz. Kannst du darüber noch ein bisschen was berichten, lieber Daniel? Du musst dein Mikrofon einschalten, bitte. Eine Stummschaltung auflegen. So, jetzt versuche ich es nochmal richtig mit der Bildschirmpräsentation. Ob es jetzt klappt? Jetzt sieht man jetzt die ganze Folie? Jetzt sieht man gerade gar nichts. Jetzt sieht man gar nichts? Nee. Ah, Leute. Jetzt habe ich nämlich extra die Folie ganz groß gemacht. Mach es lieber, wird das so, wie es vorher war, Daniel. Ich probiere es ja. Keine Experimente mehr. Leute, dann muss ich das klein machen. Und den Bildschirm freigeben. So, jetzt besser? Das sieht gut aus. Wunderbar. Treffer, Volltreffer. Okay. So, nochmal dieselbe Startfolie und wir fangen an im Jahr 1950. Ein aus dem Rheingau nach London imigrierter, muss ich sagen, vertriebener jüdischer Weinhändler, Siegfried Hallgarten, schreibt sich sozusagen all sein Wissen über die ehemalige Heimat, seine Leidenschaft von der Seele, schreibt auch ein kleines Kapitel über Assmannshausen und er schlägt sich auf die Seite seines Landsmanns, seines sozusagen des Engländers, das Visitelli, der sagt, vergesst alles, was ihr über eine Analogie von Assmanns Häuser oder deutschem Rotwein aus Pinot Noir und dem wirklichen Burgunder wisst. Der Boden ist völlig unterschiedlich. Er sagt, für ihn ist es ein Rhein-Wine mit ein paar Qualitäten von Burgundy. Das ist seine Vorstellung von dem, wie man in Deutschland Rotwein macht, nach dem Motto, konzentriert auf euch das, was ihr könnt, versucht euren eigenen Weg zu gehen. Aber interessant ist in diesem Buch vor allem, dass er beschreibt, was sind die best-known German red wines. Also wie gesagt, wir reden von 1950 und er weiß, dass an der Ahr in der Tat Rotwein oder Pinot Noir wächst. Er hat einige Lagen, Walsbolzheim, Daupaus, Sonnenberg. Dann weiß er, das ist wichtig zu wissen, es gab auf der gegenüberliegenden Seite im Rhein-Hessischen immer eine Burgunder-Tradition, eine Pinot-Tradition, gerade auf diesem Kalk-Märgelring, der sich um Ingelheim herum wägt, also ideale Anbaubedingungen eigentlich für Pinot. Dann wichtig, die Pfalz, aber auch hier Dürkheimer Feuerberg, Forstheim, Neuberg, Kallstadt und Herxheim. Das sind relativ kleine Parzellen, Rheingau, nur der Höllenberg. Für Württemberg nennt er nur das Unterland und Schweigern, also das Remstal kommt bei ihm schon gar nicht vor. Oberrotweiler Kirchberg, Ortenberg, Schlossberg, das ist mit die Ortenau und ein bisschen Kaiserstuhl, Schlossberg könnte der Freiburger sein. Und nicht zu vergessen, schon damals bekannt für Rotwein, Klingenberg am Main. Er schreibt darüber, best known German Red Wines, sehr viel mehr ist da nicht zu holen, wenn man nicht gleich auf die Trollinger Ebene gehen will. Das heißt, Deutschland ist kein Rotweinland gewesen und in der Tat bis weit in die 80er Jahre hinein waren die Weine, die man in Deutschland zumindest für relativ günstiges Geld erstehen konnte im Rotweinbereich, das Vertrollinger Lemberger oder der legendäre Amselfelder, der aus dem nachmaligen Kosovo importiert wurde. Man war sich allerdings dort, und hier sind wir in Assmannshausen, wo man nach wie vor auf Spätburg untersetzte, sich darüber im Klaren, dass diese Rebsorte extrem kapriziös ist, nämlich wegen ihrer spätreifenden Eigenschaften. Deswegen hat man selbst in Spitzenlagen wie dem Höllenberg schon sehr früh mit frühreifen Rebsorten und auch mit interspezifischen Kreuzungen agiert. Also Leon Mio, Frühburgunder, noch kapriziöser als Spätburgunder und vor allem der unvermeidliche Portugieser. Die Leitrebsorte in Deutschland für die Erzeugung von Rotwein bis weit in die 70er Jahre hinein war nicht Pinot Noir, sondern in vielen Anbaugebieten, auch an der Ahr der Portugieser. Was den Leuten dann verkauft wurde, steht auf einem völlig anderen Blatt. Aber wenn man die Statistiken sieht, da komme ich gleich darauf zurück, denken Sie bei Pinot Noir ein, ein Wunder, das eine relativ kurze Geschichte hat. Und vieles, was man Ihnen über die Vergangenheit erzählt, ist im Idealfall schön erfunden, nett erzählt, aber stimmt mit der Wirklichkeit nicht unbedingt überein. Bis dahin, dass man in Assmannshausen im Höllenberg sogar Pinotage angebaut hat seit den 50er Jahren. Leider hat man das alles wieder aufgegeben. Wo stehen wir aber am Beginn dieses deutschen Burgunder-Wunders? Jetzt sage ich Ihnen etwas relativ Kompliziertes. Keine Rebsorten-Statistik, sondern eine Statistik der Nachfrage nach Edelreisern, beziehungsweise Edelreibsorten in den einzelnen Anbaugebieten. Es ist wichtig zu sehen, Christine hat es anfangs ja auch schon gesagt, wenn wir über Burgunder reden, gibt es eine starke regionale, ich will nicht sagen Verzerrung, aber regionale Schwerpunkte. Fangen wir an mit der ersten Folie. Württemberg spielt Burgunder zu Beginn der 70er Jahre überhaupt keine Rolle. Und auch der Lemberger, dessen Rebflächenanteil geht von 7 auf 6 Prozent innerhalb von 5 Jahren zurück. Der Portugieser steigt, eine Massenrebsorte, sehr geeignet dazu, den damals vorherrschenden leichten und vor allem halbtrockenen Wein zu erzeugen. Gut, Trollinger ist eine württembergische Geschichte für sich. Da brauchst du ein bisschen Lemberg, um den Trollinger ein bisschen röter auszusehen, als er von Natur aus ist. Und wie gesagt, das ist Württemberg. Ein ganz anderes Bild zeigt sich dann in Franken. Die Rebfläche des Silvanas geht dramatisch zurück auf Kosten oder zumindest zugunst des Müller-Turgaus, nicht etwa zugunst der anderen Qualitätrebsorten, sondern ein Massenträger. Und das ist die Charakteristik des Weinbaus in Franken. Die vorherrschende wirtschaftlich gesehen von der Rebfläche her spielt Burgunder in Franken, Stichwort Klingenberg, nur an ganz, ganz wenigen auch überhaupt eine Rolle. Die nächste Chart, wie man sagt, ist Baden. Hier taucht, wichtig, Ruhländer auf und auch der Blaue Spätburgunder. Also Baden ist zu Beginn der 70er Jahre in der Tat ein Burgunderland, wo Grauburgunder und der Blaue Spätburgunder etwa ein Drittel der Rebfläche ausmachen. Aber auch hier mit einer starken räumlichen Verteilung. Und wenn man sagen kann, was ich neulich mal rausgefunden habe, selbst in Kraichgau wurden schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts Spätburgunder gepflanzt. Unten der Rheingau, bis auf Aßmannshausen kann man rote Rebsorten vergessen, deswegen müssen wir gar nicht weiter darauf eingehen. Dann allerdings interessant Rheinhessen. Auch hier Spätburgunder, null Bedeutung, wenn Rotweine, dann Portugieser. Und auch hier ein starker Rückgang der Rebfläche von Silvaner zu Gunstern wieder Turgau. Weißburgunder null, Grauburgunder null. Der Rheingau, das gleiche Rieslingland, die berühmten Hawks, Silvaner im Verschwinden begriffen. Und da, wo Riesling nicht passt, Müller-Turgau. Kommen wir zum Mosel-Sarruwa. Immerhin der Anteil von Elbling steigt, Müller-Turgau steigt auf Kosten des Rieslings. Spätburgunder, Grauburgunder, Weißburgunder null. Das gleiche für den Mittelrhein, ganz kleine Rebfläche. Damals gut 700 Hektar, heute gut 400. Insofern fällt Megan-mäßig nicht ins Gewicht. Gehen wir an die Nahe. Ein Weißweingebiet. Silvaner an der Nahe, muss man sich vorstellen, noch die Leitrebsorte. Zu Beginn der 70er Jahre, Müller-Turgau auf dem Vormarsch, Riesling. 25 Prozent, mag man sich heute kaum noch vorstellen, dass es vor 50 Jahren dort so war. Und ganz am Ende, last but not least, die A. Auch hier, was ich eben schon andeutete, der Riesling-Anteil unter 25 Prozent, Müller-Turgau im Vormarsch, der Portugieser im Rückgang begriffen, aber auch der blaue Spätburgunder. Hat an der A eine besondere Geschichte, weil man dort ein Phänomen festgestellt hat, was man etwas beschönigend als die Rebmüdigkeit bezeichnet hatte. Man stellte fest, dass Spätburgunderanlagen spätestens nach 15 Jahren an ihr Ende gekommen waren, weil die Reben unendlich kümmerten. Dann hat man herausgefunden, woran das lag. Der Boden war massiv mit Nematoden verseucht, die als Überträger von Viruskrankheiten in Frage kamen. Das war der Grund für die Rebmüdigkeit. Deswegen hat man an der A im Zuge der Flurbereinigung, hat man die Böden großflächig entseucht mit Chemikalien, über die ich Ihnen heute Abend lieber nichts erzählen würde. Heute dürfte man die längst nicht mehr verwenden, aber für den Spätburgunder an der A war das in den frühen 70er Jahren die Rettung. Was allerdings noch nicht die Rettung des Spätburgunders war, waren die Techniken, mit denen man in den 70er und 80er Jahren Rotwein in Deutschland bereitete. Groß in Mode kam nämlich die Maischererhitzung, um die Weine möglichst konsumfreundlich zu halten, nämlich halbtrocken. Das war auch die vorherrschende Art, Spätburgunder auszubauen. Das kleine Holzfass war in Deutschland bis in Mitte der 80er Jahre sprichwörtlich unbekannt. Auch das ist wichtig zu wissen. Und das sind die großartigen Geräte, mit denen man Spätburgunder und andere Rotweine trinkreif machte, nämlich Maschinen, die man auch aus der Milchwirtschaft kannte. Insofern kein Wunder, dass 84 oder 94 der deutschen Weinbörse, wenn jemand Spätburgunder trocken ausbaute, er das dick und fett ranschreiben musste, um zu wissen, wir machen nicht diese halbtrockene, zuckersüße Blöcke, mit der man die Deutschen davon überzeugten wollte, dass das Spätburgunder sei. Und hier noch ein ganz heißes Thema, Klonenübersicht, die möglicherweise sehr viel mehr zu Charakter eines jeden Spätburgunders beitragen als Boden oder Klima. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Und damit bin ich am Ende. Das sind große Aufgaben, lieber Daniel. Wir müssen das jetzt irgendwie wieder zurückholen und wieder in die Qualitätsschiene kommen, nachdem du uns so den Kopf gewaschen hast. Vielen Dank dafür. Das macht frei, Nicole. Absolut. Ich schwenke jetzt einfach mal um wieder und frage Ikem, weil ich bei dem, was du ausgeführt hast, Maischerhitzung, ich habe dann einfach an Baden gedacht und habe gedacht, in Baden schien mir irgendwie die Welt so ein bisschen, Baden war ein bisschen eher, was die Kulinarik und den guten Wein anging unterwegs, als wir, glaube ich, weil sie so nah an Frankreich dran waren. Und wie war das denn, wenn man vor 40, 50 Jahren Reben kaufte in den Rebschulen, liebe Ikem? Wusste man dann, was man hatte? Wusste man, ob man Spätburgunder bekam, Auxerrois oder Chardonnay? Tatsächlich ist es eine ganz, ganz berechtigte Frage, weil wir heute noch bei unserem Malterdinger Weiß, vielleicht ist es dem einen oder anderen bekannt, nur von der Herkunft sprechen, also ein Weißwein, der aus Malterding kommt, ein Assemblage aus Weißburgunder und mittlerweile sehr viel Chardonnay, aber auch schon mit Tradition, weil in den Weinbergen ganz unbeabsichtigt beide Rebsorten gepflanzt worden sind. Und zwar hatte man in den 50er Jahren einen wahnsinnigen Weißburgunder Nachfrage. Die Rebschulen, die einfach ein, zwei Jahre vorher veredeln, konnten dieser Nachfrage in Baden, in Deutschland nicht nachkommen. Also ist man in das benachbarte Elsass oder Burgund gegangen und hat dort dann einfach Pinot Blanc bestellt, in der Annahme, dass es Weißburgunder ist. Schlussendlich hat sich dahinter verborgen, Auxerrois, in gewisser Weise auch Chardonnay. Und habt ihr beide ja ganz deutlich auch mal diesen Chardonnay dargestellt, mit diesen charakteristischen Blättern. war einem dann sehr früh bewusst, dass man Chardonnay gepflanzt hat. War auf einmal davon begeistert, wie schön Weißburgunder auch sich aromatisch mit der Kombination aus Chardonnay entwickeln kann. Und schlussendlich ist man heutzutage froh, dass man noch auf so alte, damals rechtlich noch nicht ganz erlaubten, Chardonnay-Weinberger auch zurückgreifen darf. Und ich fand es gerade selber wahnsinnig interessant, diese Historie auch von den verschiedenen Burgundersorten in Deutschland einmal zu hören. Ich kenne von uns immer nur natürlich mit dem Blick ins Burgund, ja, der Bernhard, der da auch immer schon sehr früh, aber sicherlich auch viele andere Winzer, diesen Blick rüber gewagt haben durch die Nähe, die das inspiriert hat, diesen Ausbau im Barrik, diesen Anbau mit ein bisschen kleinstrukturierteren Traum. Und schlussendlich ist das, was, glaube ich, begeistert auch an den Burgundern, ist die Kleinbärigkeit, diese kleinen Trauben, dieses Reflektieren von dem Boden, was Benedikt auch schon ganz toll gesagt hat. Und warum nicht auch ein Mix? Also nicht immer gerade das so alles lenken, sondern auch ein bisschen mal überlassen. Genau. So, und wir wagen jetzt einfach mal den Sprung wieder in die Gegenwart und schauen uns noch ein paar Zahlen an. Ich bin immer so ganz trocken, was das angeht, Entschuldigung. Habt ihr noch ein bisschen was vom Weißburgunder? Es geht gleich weiter mit grauem Burgunder. So, aber ich denke, dieses Slide ist ein ziemlich wichtiges. Man kann nämlich hier die Hektarzahlen der unterschiedlichen Rebsorten sehen. Und ihr könnt einfach mal ganz klar an der Torte erkennen, dass Spätburgunder wirklich schon ein sehr gutes Drittel einnimmt, also eine ganze Menge. Und dass dann aber sofort der Grauburgunder folgt und der Weißburgunder. Und wie klein die Mengen, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, vom Frühburgunder sind und auch vom Auxerrois. Und was vielleicht noch ganz nennenswert ist oder kleine Menge ist Schwarzriesling. Ihr wisst, dass der Schwarzriesling nichts mit Riesling zu tun hat, sondern es ist eigentlich Pinot Meunier. Bei uns eine etwas weniger bekannte Rebsorte in Deutschland, aber in Frankreich, gerade in der Champagnerherstellung, eine nicht unwichtige Rebsorte. So, und der Chardonnay, ja, das wird kommen, das wird sich entwickeln. Denkt dran, ab 91 war die Rebsorte erst zugelassen. Also insofern ist dieses Chart hier nicht uninteressant. Wenn man das untermauert und vielleicht nochmal sich zu Gemüte führt, dass mit 30.000 Hektar, gut 30.000 Hektar fast ein Drittel der gesamten deutschen Rebfläche gemeint ist und sich dann die folgenden Zahlen anschaut, wird es auch so ein bisschen klarer, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. In diesem Chart sind Burgundersorten in der Entwicklung in Hektarzahlen von 96, 2006 und 2021 dargestellt. Und ihr seht, was für einen Sprung der Spätburgunder beispielsweise gemacht hat von 96 bis 2006. Er hat sich dann in den nächsten Jahren nicht mehr so ganz verändert, aber der Grauburgunder, der hüpft wirklich. Also 96, mir stellen sich immer so ein bisschen die Nackenhaare hoch, weil ich glaube, 96 habe ich schon mit Pinot Grigio zu tun gehabt und irgendwie verfolgt mich das. Und wenn ich jetzt an den Grauburgunder denke, 2006 fast eine Verdopplung und dann fast nochmal eine Verdopplung zu 2021. Also das macht Riesensprünge. Und beim Weißburgunder ist es eigentlich ganz ähnlich. Auch der Weißburgunder hat sich sehr entwickelt in Deutschland. Der Chardonnay natürlich aufgrund dessen, dass er 96 erst fünf Jahre im Anbau war, natürlich auch prozentual gesehen. Und der Pinot Meunier ist eher ein bisschen weniger geworden. Oxarroir, kleine Menge und Frühburgunder auch. Und hier nochmal die Zahlen, an denen ihr sehen könnt, wie sich die Burgunder Rebsorten im Gegensatz zu den anderen weißen Rebsorten nach vorne entwickeln. Also Grauburgunder plus 178 Prozent, Weißburgunder plus 133 Prozent. Chardonnay aufgrund der kleinen Menge sind sogar plus 319 Prozent. Ich denke, dass da eigentlich auch noch sehr viel Entwicklungspotenzial drinsteckt, weil der Chardonnay einfach auch eine ganze Menge noch mit sich bringt. Spätburgunder plus 25 Prozent. Pinot Meunier ist ein bisschen runtergegangen. Also die Rotweinsorten hier auch alle etwas höher in der Entwicklung. Die Burgundersorten. Früher hätte ich eigentlich ganz wenige Kreise machen können um die Anbaugebiete. Also hätte ich natürlich angefangen in Aspmanshausen. Ich hätte dann Ingelheim aufgeführt, logischerweise, weil das irgendwo so die alten klassischen Anbaugebiete sind. Aber wenn man jetzt nach Rheinhessen schaut, hat man auch noch ganz andere Flächen, die mit Spätburgunder bestockt sind, auch die nahe entwickelt sich. Und an der Mosel ist es nicht nur unten im Süden, sondern mittlerweile an der ganzen Mosel wird Weißburgunder angebaut, aber auch eben Spätburgunder. Die Ahr, über die brauchen wir nicht zu sprechen. Die ist natürlich ganz weit vorne prozentual gesehen. Und Baden und Württemberg natürlich auch. Und in Franken ist hier der kleine Kreis. Das ist Klingenberg und Bürgstadt im Grunde, die dort relativ nah zusammen liegen und wo man die besten Spätburgunder Frankens findet. So, und jetzt muss ich ganz schnell nachdenken. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber der kommt gleich wieder. Ich würde sagen, dass wir uns jetzt den Grauburgunder einschenken, bevor wir weiterreden. Ich weiß nicht, was ihr am Glas habt, aber ich gucke mal. Also bei mir ist es ein Lagenwein. Er kommt aus Rheinhessen. Das ist ein Teufelspfad. Von welchem Weingut darf ich natürlich nicht verraten. Aber die Lage spielt hier eine Rolle. Es ist ein bisschen komplexer als sein Gutswein und ein bisschen intensiver, ein bisschen vielschichtiger. Es hat deutlich mehr Struktur. Und die Rebstöcke sind, ich glaube, knapp 50 Jahre alt. Und man merkt ein bisschen das Holz, aber das Holz ist sehr gut integriert. Man hat eine feine, unterstützende Säure, die aber nicht im Vordergrund sich abspielt, sondern eher im Mittelpunkt. Und der Wein hat in der Länge eine ganz zarte, herbe Note, die richtig Freude macht. Das ist sowas, was ich mit Grip bezeichnen würde, was Spaß macht. Und wo ich mich frage, wo das herkommt, gleich mal die Winzer fragen. Auf jeden Fall läuft mir so ein bisschen die Spucke im Mund zusammen und ich habe eigentlich Lust, gleich ein zweites Glas zu trinken. Traue ich mich jetzt aber gerade nicht, weil es einfach weitergeht. Aber ihr habt jetzt zwischendurch einen Schluck Wein im Glas. Ich hoffe, dass euer Grauburgunder auch Freude macht. Ich springe jetzt einfach noch mal wieder auf die Präsentation. Und hier seht ihr die Ahr, wo man auch ganz gut erkennen kann, dass die Ahr eigentlich ein kleiner Talkessel ist und relativ steile Lagen hat. Auch teilweise kleine Wingertstücke, auch alte, wurzelechte Rebstöcke. Und das ist ein Blick in den Kaiserstuhl, also wo so richtig schön die Weitläuflichkeit klar wird, wo man sehen kann, wie die Wingerte beschienen sind. Und jetzt kommen wir von den Weinbergen auf den Begriff oder auf das Terroir, auf das sprichwörtliche Terroir. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, die Herkunft einfach, der Boden. Und das Terroir meint aber nicht nur das, es meint eigentlich verschiedene Dinge. Es ist eine erfassbare, sensorische Dimension der Wechselwirkung der Rebe und die Beschaffenheit von Gestein, das Relief, wie ist der Weinberg ausgerichtet, wie ist das Klima, all das sind wichtige Punkte. Den Menschen kann man vielleicht eher als Faktor, Variablen Faktor einrichten oder einsehen, weil der Mensch ist der philosophische Faktor. In Frankreich geht es eigentlich nur um die Herkunft, um den Boden, während man in Deutschland auch über den Mensch spricht. Reinhard Löwenstein würde sagen, der Mensch hat 100 Prozent Einfluss auf den Wein, also insofern kann er die anderen Parameter überstrahlen. Aber das ist, glaube ich, eine Diskussionsrunde wert, in die man einsteigen kann. Das schaffen wir heute Abend nicht. Dann würden wir aus allen Nähten platzen, was das angeht. Hier haben wir ein Slide, was ganz interessant zeigt, wie sich die Temperatur entwickelt hat, beziehungsweise das Klima entwickelt hat. Und ihr könnt das ganz deutlich sehen, dass wir immer mehr rote Ausschläge haben, je weiter wir kommen. Wir fangen in der Karte an mit 1890, 1920, 1950, 1980, 2010. Und ihr seht, wie viel mehr diese warmen Temperaturschübe zunehmen, von Jahr zu Jahr. Also das ist einfach ein ganz klarer Trend, der da zu sehen ist und der auch nicht zu leugnen ist. Der ist gegeben. Sicherlich auch ein Punkt, warum Burgunder in Deutschland natürlich mittlerweile ein bisschen besser gedeihen, weil mit ganz kaltem Wetter nicht alle Burgunder so gut zurechtkommen. Und auch hier kann man es noch mal deutlich sehen, die Effekte des Klimawandels, die sich hier darstellen im Laufe der Jahre. Also die Periode 71 bis 2000, wie es werden wird von 31 bis 60 und von 71 bis 2100. Das ist sehr, sehr warm. Und das ist auch ein interessantes Chart, sind eigentlich die Rebsorten, die wir im Jahr 2040 zu erwarten haben oder erwarten könnten. Ihr seht, dass die kühlen Rebsorten in den Norden von Deutschland rutschen, also fast bis nach Niedersachsen, wo heute überhaupt noch kein Weinbau da stattfindet. Und dass wir in den südlichen Lagen, gerade am Rhein, über Grenache, Beniblan und Merlot sprechen, also Cabernet-Franc, Rebsorten, die wir bisher eigentlich wesentlich weiter im Süden gewähnt hatten. So, hier nochmal unsere Burgunder-Anbaugebiete und die kleinen Kreise, die wurden jetzt immer größer und größer und insofern hat oder führt die Temperatur dazu, dass die Burgunder sich immer wohler fühlen. Das sind unsere Bodenstrukturen und wo ich jetzt mich ganz furchtbar schäme, lieber Benni, weil der Buntsanstein müsste natürlich auch noch drauf. Und Vulkangestein, also ich fange mal mit dem Ältesten an, Vulkangestein, Schiefer, das sind Vulkangestein eher im Badischen zu finden. Den Schiefer, den finden wir natürlich an der Ahr und den Buntsanstein, wie vorhin schon gehört, in Franken, in Klingenberg beispielsweise. Kalbstein ist eigentlich der Top-Boden, der auch in Malta-Dingen stattfindet und an verschiedenen Kalkbänken, von denen der Daniel Deckers vorhin schon gesprochen hatte. Und der Kalkmergel ist eigentlich der Kalkstein, der so ein bisschen verwittert ist, der ein bisschen mehr Feuchtigkeit speichern kann, der aber auch tiptop ist für die Burgundersorten. Und Löss ist der eher einfachere Boden, aber dort gedeihen natürlich auch sehr gerne Burgunder, weil sie dort alle besonderen Nährstoffe zur Verfügung haben. Ich springe auf die Weintypen, auf die Burgunder-Typen in dem Fall. Und wir haben uns überlegt, dass wir eigentlich ja auch über unterschiedliche Typen sprechen, wenn wir über Burgunder sprechen. Ihr habt es vorhin schon mitbekommen, mein Weißburgunder war eher die Abteilung leicht und frisch. Also ein schlanker Wein mit einer lebhaften Säure, maximal 12,5 Volumenprozent und ist ein Stahltank ausgebaut. Und kein spürbares Holz, also eher leichte Weine. Und dann finde ich den Typ harmonisch und fruchtbetont. Das ist, wenn man sich das Ganze in einer Torte vorstellt, sicherlich das größte Tortenstück. Diese Weine gibt es auf der ganzen Welt. Sie leben von moderater Intensität, von Säure, die gut integriert ist. Sie haben oft angenehme, reife, würzige Aromen, sind für manche Leute schon der etwas bessere Wein. Alkoholgradation zwischen 12 und 14 Volumenprozent. Sie können Rebsorten rein sein. Sie können aber auch als Cuvée angeboten werden, Ausbau im Stahltank oder im Holz. Komplex und elegant, das ist das allerkleinste Tortenstück. Das ist das, was alle Winzer eigentlich auch gerne machen würden. Das sind vielschichtige, facettenreichte Weine mit einer sehr gut eingebundenen Säure, die für Struktur und Rückgrat sorgt. Das sind klar definierte Aromen. Der Alkoholgehalt ist immer zwischen 12 und 13,5 Volumenprozent, also sehr balanciert. Und es ist ein perfekt integrierter Holzeinfluss. Die Weine haben deutliches Potenzial und machen einfach sehr viel Freude und haben auch eine entsprechende Lagerfähigkeit. Kraftvoll opulent, das ist das, was so richtig ins Glas reinrollt. Da haben wir es mit 14 Volumenprozent aufwärts zu tun. Das sind reife, üppige Bugunder, die im Süden wachsen. Fällt mir zum Beispiel auch der frühere Ruhländer ein. Also den kann man sicherlich genauso bezeichnen. Das ist ein vollmundiger Wein, der massiv mit hoher Reife ins Glas fließt. Und auch diese Weine können heute im Stahltank ausgebaut sein, können aber auch im Holzfass ausgebaut sein. Das waren die vier klassischen Typen, sage ich jetzt mal. Und jetzt gibt es einen neuen Typ, der sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Vielleicht kann man ihn vibrierend und funky nennen. Also das sind im Grunde Weine, die so ein bisschen leichte bis stärkere oxidative Noten haben, die so ein bisschen herb, angenehmen Zug am Gaumen mit sich bringen. Manche Leute bezeichnen sie als salzig, aber sie sind in der Regel niedriger im Alkohol. Die Phenole sind spürbar. Man hat so T-artige, schwarze T-artige Gerbstoffe. Und sie vermitteln solch einen Zug am Gaumen, den ich vorhin Grip genannt habe. Das heißt, auch hier findet die gleiche Entwicklung statt, die Säure am Gaumen auslöst. Man hat einfach Lust auf den nächsten Schluck und man impliziert Frische. Und es läuft halt die Spucke im Mund zusammen und man hat wirklich Lust auf das nächste Glas. So. Und jetzt habe ich eigentlich mit meinen Folien gerade etwas zu weit bin ich gegangen. Und würde jetzt einfach, nachdem wir die Böden schon besprochen haben, vielleicht während wir den Spätburgunder einschenken, die Winzer fragen, was ihr sagt, ob es so ist, dass die unterschiedlichen Böden, die wir vorhin beschrieben haben, oder das unterschiedliche Terroir, dass das unterschiedliche oder charakteristische Geschmacksprofile erzeugen kann. Oder ob eigentlich diese Weintypen oder diese Burgunder-Typen anders entstehen. Bitte, Ike, fang an. So. So. Soll ich? Gerne, Benjamin. Ja? Benedikt, ich schaff's nicht. Sag lieber Benny. Entschuldigung. Ja, das ist gut. Also ja, da ist ja eben schon ein bisschen was zu gesagt worden. Also ich weiß nicht genau, was Reinhard Löwenstein gesagt hat, aber ich glaube, wir haben 100 Prozent Einfluss darauf und natürlich kann ich alles, der Winzer geht raus, erntet die und macht was draus. Und wenn er das unbedingt will, dann kann er versuchen, das natürlich in eine bestimmte Richtung zu biegen und zu verändern. Wird oft gemacht, weil man vielleicht, sag ich mal, einen Trend hat oder irgendwo vielleicht im Markt irgendein Potenzial erkennt, da in Weiner besser loszuwerden, wenn er so oder so schmeckt. Das kann man alles machen. Ich bin aber immer der Verfechter davon, dass ja im Gegensatz, wenn man jetzt sagen, man ein Auto produziert, dann kann ich mir alle Teile weltweit kommen lassen, baue ein Auto für einen Kunden X und dann mache ich das eben. Das Problem, ich finde es eine Stärke, bei uns sitzen die Reben halt tief in der Erde und werden es richtig gut, wenn sie 50 Jahre oder 25 Jahre alt sind oder älter werden. Da sind Zeitspannen, da gehen 10 Trends an dir vorbei und man muss sich gut überlegen, inwieweit ich eben versuche, was zu verbiegen, um bestimmtes kurzfristigen Erfolg irgendwo zu haben. Und wenn ich, sagen wir mal, davon Abstand nehme, dann geht es ganz stark in die Suche nach Stärken. Und da bin ich ein Freund davon, eben Stärken zu stärken und nicht Schwächen zu kaschieren. Und da geht es ganz schnell in diesen Terroir-Bereich rein, weil es gibt, wenn jetzt, es gibt ja mittlerweile ganz oft angebotene Terroir-Pakete von verschiedenen Winzern, die kooperieren, die einfach Weinberge tauschen mit gleichen Böden und es gibt dann im Prinzip ausgebaut ein Weinberg, ein Boden von verschiedenen Winzern. Das ist auch oft hochspannend, weil man sieht, da gibt es deutliche Unterschiede, die kann man dem Winzer zuordnen. Es gibt aber auch Merkmale, die ziehen sich einfach durch den roten Faden. Genauso ist es mit der Einteilung gute oder schlechte Lagen. Das ist gleich ein bisschen wie beim Autorennen, eine Formel 1. Ein guter Fahrer gewinnt auch mit einem schlechten Wagen. Ein schlechter Fahrer wird mit einem hervorragenden Wagen aber trotzdem nicht gewinnen. Und so gibt es natürlich den Faktor Mensch, der das Ganze irgendwo moderiert einordnet, natürlich auch Veränderungen nach vornimmt. Aber es gibt auch eine ganz klare Linie und ganz klare Stärken, die bestimmte Bodenprofile mit sich bringen. Die kennen wir da gleich noch was zu sagen. Bei uns jetzt, sagen wir mal, an der Ahr, mit dem Schiefer zum Beispiel, ist ein Gestein, was da auch relativ herausragt mit einem, sag ich mal, einem eigenständigen Profil, weil der Kalk eben, Hauptanteil eben auch in Burgund oder jetzt Baden, gilt so als vermeintlich der beste Boden dafür. So wird gesprochen, jeder sucht irgendwo Kalk im Boden und dann ist das super für Spätburgunder. Das stimmt auch, weil vor allen Dingen durch den Kalk, das hat was mit dem pH-Wert zu tun im Wein, das hat auch direkt eine gesunde Farbe. Bei unserem Schiefer, das ist schon eine größere Herausforderung, muss man zugeben. Aber das kennen wir vom Riesling, das ist auch ein sehr ausdrucksstarkes, expressives Gestein. Das heißt, der verzeiht wenig, noch weniger Fehler, vor allen Dingen, mag er es überhaupt nicht, wenn noch zu viel Holz, zu viel Alkohol, zu viele Dinge dazukommen, die einfach irgendwo, ja, diese Feinheit, diese Brillanz, die Mineralität, die der Schiefer mitbringt, dieses Vielwasser mitbringt, überstrahlt. Deshalb sind, das ist bei uns oft die Herausforderung, die Weine möglichst klar und fein und elegant in die Flasche zu bringen. Und dann können wir wie beim Riesling eben diese große Mineralität, Bodenvielfalt halt hervorragend abbilden, wobei man hingegen auf dem Kalk sicherlich vielleicht etwas kraftvollere, was dichtere Weine auch machen kann, die da vielleicht auch manchmal etwas mehr verzeihen als der Schiefer. Der Schiefer ist da recht, recht genabelnlos. Aber man kann noch sagen, dass man den Schiefer im besten Fall, also wenn der Wein das zulässt, dass man den Schiefer eigentlich relativ gut erkennen kann. Und ich meine, das ist ja die Kunst, dann vielleicht den Wein nicht so mit Holz zu maskieren, sondern dem Wein einfach das zu lassen. Und ich habe so rausgehört, alte Reben sind wichtig für euch. Und wir haben jetzt, glaube ich, ganz viele verschiedene Parameter gehört, ein ganzes Potpourri. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, was ihr alle für einen Burgunder-Typ im Glas habt. Ikem, was hast du denn im Glas? Ich habe tatsächlich ein Assemblage von Weißburgunder und Chardonnay im Glas. Ich habe es ein bisschen kombiniert, weil ich das unheimlich gern mag, was du auch vorhin beschrieben hast. Also so dieses, was der Weißburgunder mitbringt, darf schon auch ein bisschen Frucht sein und damit es nicht zu kitschig wird. Der Chardonnay, der damit viel Mineralik dagegen steht. Vielleicht ganz kurz nochmal, um auf die Böden einzugehen und vielleicht auch nochmal diese Kategorisierung, die du vorhin angesprochen hast. Ich glaube, für uns Winzer, wenn man schon eine gewisse Erfahrung auf verschiedenen Böden machen durfte, so wie es auch der Benni gemacht hat, ist diese Komplexität, diese Eleganz, die vom Boden kommt, übergeordnet, der Ausbaustilistik, der Holzwahl, der meiste Standzeit, des Lesezeitpunkts, eigentlich die große, große Kür. Also es kitzelt ja jedes Jahr, nachdem ein Herbst im Keller ist und man in die Reflexionsphase geht und dann überlegt, man hat die verschiedenen Böden. Ich meine, wir sind umgeben von vier verschiedenen Kalkterroise im Umkreis von fünf Kilometern mit ein bisschen kühleren Lagen, wärmeren Lagen, dann ein bisschen Richtung Westen ausgelegt, mit höheren Eisen gehalten im Kalkboden, aber immer, immer ist irgendwo das Ziel da und auch nachher beim Verkosten der Flasche, wo kommt der Wein her? Also und schlussendlich ist es der Boden und ich finde gerade Schiefer und Kalk eine wahnsinnige Spannung, auch so wie Benni das schon beschrieben hat, weil die nicht so viel verzeihen, also Spätburgunder in dem Fall erst recht nicht, wo für uns drei da auch sehr viel Königsdisziplin liegt, aber gerade macht es das aus, also gerade der Boden bringt so diese Feinheit mit rein und das Beispiel, was Benni auch gerade gesagt hat, ist mega, mega spannend, dass man drei verschiedenen Winzern die gleichen Trauben gibt, natürlich hat der Winzer einen Einfluss, aber trotzdem wird man bei allen drei Winzern rausschmecken, abgesehen von der Ausbaustilistik, von den Entscheidungen, wie baue ich den Wein aus, welches Holzfass benutze ich, wird man den Boden rausschmecken, wenn das fein gemacht ist und das ist schlussendlich ja das Ziel, worüber wir auch diskutieren, immer wieder einerseits diese Leichtigkeit, Eleganz und das Unkomplizierte zu haben, aber dann auch dieses komplexe Elegante zu suchen und ich glaube, da kommen wir am Boden nicht vorbei. Wenn ich so kurz anspringen könnte, also die Franzosen selbst sagen, wir produzieren keinen Pinot Noir, sondern wir verwenden einfach diesen Pinot Noir, diese Rätsorte als Mittel für den Terroir auszudrücken. Das heißt, Pinot Noir ist eigentlich eine Art Geist und das finde ich ganz interessant und das stimmt überein mit was die Vertram-Altis-Team und Huber-Team sagen, das ist schon so und ich denke, jedes Land, wenn sie gehen durch eine Entwicklung, ich will Qualität erzielen, wie mache ich das? Dann muss ich natürlich den Wein in Holz tun, weil Barrikfässer kosten Geld und das ist ein Zeichen, dass ich dann meinen besten Wein in einen tollen, neu, super getoasteten Holzfass eingebaut habe. Das Problem ist, diese Weine sind öfters viel zu extrahiert, die haben viel zu viel Power und Alkohol, die haben keine Finesse, keine Eleganz und mittlerweile haben Winzer um die ganze Welt, einschließlich in Deutschland und in Burgund, haben sie gelernt, dass vielleicht, wenn man echt Top-Brettmaterial hat, vielleicht dann 20 bis 30 Prozent Holz, also Barrikanteil, aber dann nicht unbedingt neu und dieser Toasting ist dann eher leicht, damit der Boden dieses Terroir-Effekt dann wirklich sprechen kann und da, also in England komme ich von einer Generation, die von australischen Chardonnay geprägt wurde und diese australischen Chardonnays, die Winzer haben gesagt, oder die Produzenten eher als Kleinwinzer, die haben gesagt, okay, was willst du haben, wie viel Frucht willst du haben, was für eine Säure willst du haben und willst du ein bisschen Holzcharakter haben, dann fügen wir Chips hinzu und das war dann zu einem bestimmten Preispunkt, aber Gott sei Dank ist die Welt weitergegangen, auch die Australier sind weitergegangen, sie suchen eher nach kühleren Lagen, vielleicht durch höher oder auch die gehen in anderen Regionen und da kann man echt viel machen und heutzutage ist es eher diese Eleganz, was zählt, diese Vielschichtigkeit, dieses wo komme ich her, das ist und dieser englische Ausdruck, was einen kleinen Ersatz ist für Terroir, ist a sense of place, das will man eigentlich hergeben mit dem Wein und der Winzer soll dazu beitragen, also die guten Winzer tragen dazu bei, dass diesen sense of place richtig rauskommt. Daniel, du wolltest gerne noch etwas ergänzen, du hattest ja diese hochinteressante Chart gezeigt mit den Temperatur, Anomalien, wenn man sich über Spätburgunder in der Geschichte Gedanken macht, dann stößt man immer wieder darauf, auf das Problem, dass die Trauben oft physiologisch nicht reif wurden, und in ganz, ganz wenigen Jahren. Das führte in Deutschland dazu, dass man etwas erfunden hat, was es glaube ich in der Form nirgendwo anders gibt, nämlich den berühmten Spätburgunder Weißherbst. Man hat große Mengen Spätburgunder Weine auf den Markt gebracht, die man weiß gekältert hat und die dann auch so eine leichte dienende Restsüße hatten, das war eigentlich das vorherrschende Bild von Spätburgunder und wenn man davor zurückschreckte, die Weiße auszubauen, sondern ein Rotwein herstellen wollte, dann war es bis weit in die 1970er Jahre erlaubt und was danach passiert, darüber schweigen sich die Quellen aus, mit sogenanntem Deckrotwein zu arbeiten. Also die Kunst, aus einem Most, Burgunder Trauben auch einen nach Burgunder aussehenden Wein zu machen, Bestand darin, dass man schweren algerischen oder spanischen Deckrotwein einkaufte und wenn man daran denkt, Dornfelder ist nur deswegen gezüchtet worden, um einen deutschen Deckrotwein zu haben, weil man wusste, der Verschnitt mit ausländischem Rotwein ist verboten. Also so viel zum Thema die Kunst des Spätburgunder machen. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung, ein Faktor, der in der Diskussion über deutsche Weine nach meiner Lesart oft vernachlässigt wird, ist die Frage der Erträge. In Frankreich hat man schon in den 1930er Jahren begonnen, in den Qualitätsweinbaugebieten, also für die Appellation de Régime Controllée, die Erträge dramatisch zu reduzieren, weil man ganz klar wusste, man kann einen Vouvray oder einen Chateauneuf oder irgendwas, wenn man da auf 70, 80, 90 Hektoliter geht, verliert dieser Wein jeden Charakter, auch den Bodencharakter. Und die Deutschen haben auch sehr historische Erfahrungen heraus, dass man niedrige Durchschnittserträge hat, hat man immer davor zurückgeschreckt, auch die Erträge gesetzlich so zu regulieren, dass man sagen kann, wenn jemand wirklich einen Spätburgunder auf den Markt bringt, dann arbeitet der mit Hektarhöchsterträgen von 35, 40, 45 Hektar in einem Hektar. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidendes Qualitätsparameter, was eben zu Boden und Klonen noch mit dazukommt. Man muss das, glaube ich, in diesen drei Dimensionen denken. Bevor wir einen Anwurf war genau richtig, Thema Weißherbst. Ich springe zum Rosé und zum Blanc de Noir. Ikem, ihr produziert mittlerweile einen Rosé und zwar nicht einen Rosé, wie man den aus Südfrankreich kennt, wenn man von einem großen Teller Salat isst und gerade im Urlaub angekommen ist, sondern das ist was ganz Ernsthaftes und auch bei euch, Benni und Julia, gibt es einen sehr ernstzunehmenden Blanc de Noir, der ganz große Freude macht und den man, wenn man ihn so verkostet eigentlich schon fast mit einem weißen großen Burgunder zu vergleichen wäre. Könnt ihr was dazu sagen? Was macht diesen Change aus, dass ihr auf solche Weine geht, dass ihr euch verändert von dieser Weißherbst-Mentalität, bevor wir auf die Erträge zu sprechen kommen? Ich weiß nicht, Ikem, du oder ich zuerst? Mir egal. Ich kann ganz kurz, bei uns ist ja so, dass wir uns beim Spätburgunder noch mehr fokussieren wollten und da sind einfach drei, vier Weinberge rausgefallen, wo wir überlegt haben, die stehen eigentlich in Weinbergsflächen, wo man weiß, Wein draus machen sollte, was Benni vorhin ganz richtig angesprochen hat. Wir pflanzen einen Weinberg und dann hat das Bestand von 30, 40, 50 Jahren aus der Not geboren haben wir gesagt, komm, wir greifen nochmal das Thema Rosé auf, haben das Ganze in der Weißweinstilistik vinifiziert, also quasi wie ein Chardonnay und damit haben wir einen Rosé. Ja, bei uns da greift das, sag ich mal, einiges auf, was wir heute schon hatten. Also zum einen die, vielleicht nochmal ein ganz bisschen kleinen, ich versuche es kurz zu machen, aber nochmal einen kleinen Exkurs, zum einen zum Thema Geschichte und der andere zum Thema Spätbegründer als, eher als Medium, um Lage zu transportieren. Es war also tatsächlich so und so das Gefühl, was bei mir jetzt an der Ahr eben ist, wenn ich jetzt an die Historie jetzt an der Ahr denke, wie man die selber wahrnimmt hier in der Ahr, war Spätbegründer, wir kennen zum Beispiel den Ahr bleichert, das heißt, den gab es einfach, das wurde die Rebstochter genutzt, weil ich frage jetzt erstmal, ob die dann weiß war oder Rosé oder Rot, das war Spätbegründer, das war Ahr bleichert und ich zum Beispiel selber habe erst so richtig, als ich nach Bad Kreuz nach die Weimar-Schule gegangen bin, wie soll ich sagen, dazu richtig verstanden, dass die anderen ja nicht auch alle Spätbegründer haben, sondern vielleicht auch viele andere Rebstochten, also das Selbstverständnis jetzt für mich an der Ahr, sagen wir mal, mit so viel Spätbegründer auch aufgewachsen, ich glaube, das kommt in diesem Chart vielleicht auch korrekt wiedergegeben, von den Anteilen her vielleicht damals, gefühlt ist es an der Ahr aber 100% Spätbegründer, auch wenn es viele andere Arten gibt, das heißt, man unterhält sich relativ selbstverständlich über die Rebstochter als normales Medium einfach, das man nutzt, nicht, dass man sagt, meinst du, das geht noch mit dem Spätbegründer oder was kommt in Zukunft, das ist irgendwie gesetzt, da habe ich nicht das Gefühl, daran gerüttelt wird und glaube, so ist es auch in meiner Wahrnehmung in der Historie, einfach mehr ein Medium, weil es eben, es ist gegenüber anderen Rebstochten sehr fein, sehr zart, es verträgt auch nicht so viel Gerbstoff und ist eben, nimmt, hat eben deshalb, wenn er gut ist, wenig Komponenten, die das schwer bedecken können und dahin, da kommt jetzt auch die Brücke zu Rosé und Blondenoir, eignet sich eben dafür auch, also einer der, der Champagne sind von drei zugelassenen Rebstochten, zwei Rotweine, also der Schwarziesling und der Spätburgunder eben, also bringt eben ein hohes Potenzial auch mit, grundsätzlich den Boot zu transportieren, auch über eine gute Säurestruktur, die da eine Rolle spielt und einmal war das eben für uns der Anlass aus der Historie raus, des Ahrbleichers, als auch, dass wir eben an der Ahr doch zwar vom Schiefer geprägt sind, aber auch Böden haben, auf denen wir etwas mächtigeren Standort auch haben, wo wir also auch in jedem Jahr beste Voraussetzungen haben für einen sehr hochwertigen Blondenoir zu machen und wie die Camp auch sagt, man hat so viel mit Spätburgunder zu tun, man pflanzt viel, probiert viel aus, die Vorgänger schon, also man ist irgendwann gesegnet mit vielen alten Reben, also ich glaube, Betriebe, die nicht so einen hohen Anteil an Spätburgunder besitzen, die haben dann mal angefangen, mal gepflanzt und jetzt werden so ein paar Weinberger alt, sowohl bei der die kennen wir als auch bei uns, wir haben ein Potpourri an alten Weinbergen und Lagen und in manchen Jahren ist eben auch Blondenoir manchmal, manchmal auf bestimmten Böden sogar die bessere Wahl. Die Jahrgänge gibt es, das ist so, aber das ist immer ein Selbstverständnis von dem Burgunder als Medium und auch eine Selbstverständlichkeit, das auszudrücken und weil er eben das gut ausdrücken kann, große Champagner, deren Grundweine zeigen das auch, ist für uns über die Jahre was gewachsen und ich versuche jetzt zum Ende zu kommen, aber ein Grund, warum es bei uns so ein wichtiges Thema gekommen worden ist, wir haben eben auch gehört, Historie, Farbe hält nicht, wird zu schnell alt und solche Geschichten, was uns am Anfang gewundert hat, als wir mit Blondenoir begonnen haben, richtig groß und ernsthaft auch, wo wir es dann auch gefüllt haben, Grand Cru ist es 2010 gewesen und jetzt sagen wir mal 22 kosten das auch regelmäßig noch, das war aber schon nach ein paar Jahren eigentlich feststellbar, dass die Weine oftmals besser dastanden als unsere Roten, die wir auch nach dem Gedanken, ja, das war, das verändert, aber auch, es sollten auch was kräftiger sein und wir dachten, man muss auch durch den Rotwein machen und vielleicht auch zu viel extrahiert hatten bei den Roten und der Blondenoir hat uns gezeigt, dass eigentlich die Seele vom Burgunder gar nichts damit zu tun hat, dass das höchst reif ist, möglichst viel im Holz gelegen hat oder zu viel Gerbstoff hat und vielleicht nicht gut für uns jetzt, aber ich würde sogar behaupten, wir haben früher guten Blondenoir gemacht als sehr guten Roten, also weil wir haben gelernt, dass die Reduzierung beim Burgunder, das ist seine Stärke, die Eleganz, die Feinheit und nicht die Überextraktion versuchen, ein Rotwein zu sein wie andere Rebsorten, dann pflanzt man besser die andere Rebsorte, dann geht das auch fast von alleine, aber beim Burgunder ist Feinheit Trumpf, also es gibt schöne Sprungen, den halte ich mich immer als, der feinste Wein auf dem Tisch ist der beste und das stimmt meistens beim Burgunder. Was machen denn, was macht denn die Feinheit aus? Also die Säuren, die Phenole, die zarten Bitternoten, die Struktur? Ja, also da kann ich nur Paul Fürst testieren, ich dachte, ich habe ja schon mal manchmal immer ganz schlechtes Gewissen, ich gehe eh schon nicht viel weg, aber immer wenn ich irgendwo bin und habe mit großartigen Winzern zu tun, dann wache ich morgens auf und habe immer einen Satz im Kopf und von dem profitiere ich dann immer und was ganz Wichtiges, das hat der Paul Fürst gesagt, Gerbstoff ist der Tod für jeden guten Burgunder und man muss manche Sachen ein bisschen zuspitzen, aber das hat viele Jahre gedauert, das auch nachzuvollziehen, wo das herkommt, konsequent umzusetzen, auch die Erkenntnis darüber zu erlangen. Eine große Verwechslung findet oft statt, wenn man sagt, ein Spätbrunner, der hat wenig Gerbstoff, weil er so eine dünne Schale hat. Grundsätzlich ist richtig, dass der absolut gesehen wenig Gerbstoff hat, der hat aber noch viel weniger Farbe und wenn Gerbstoff und Farbe nicht in einem guten Verhältnis stehen, dann bleiben Gerbstoff übrig, die hochfarbig werden. Also wir kennen es bei Weißwein, sagen wir mal ganz extrem, ein Orangewein, aber die Vorstufen beim Riesling oft goldgelbe Farbe zum Beispiel, weil ein Riesling hat gar keine Farbe und eine Phenolik durch zum Beispiel eine beanspruchende Verarbeitung, gibt nachher eine goldene Farbe. Wir haben schon mal das erste Phenomen, also aus einem hellrot und gold entsteht Farbenlehre, auf jeden Fall schon mal braun. Das ist schon mal ein erster Grund, warum man sich damit zurückhalten sollte. Der zweite ist, dass diese Gerbstoffe auch noch einen anderen Effekt im Wein haben. wenn der Gerbstoff und den Gerbstoff sich finden, dann bauen, dann wird es nicht zu weit in die Dermatik einsteigen, aber es entstehen Stoffe, die den Wein noch stärker oxidieren als vorhin schon. Und das ist eben die Gefahr beim Burgunder. Das heißt, man muss auf ein absolut feines, auf eine feine Balance kommen. Und das ist beim Burgunder so, dass man also wirklich höchst fein, also alles, was ich damals noch in der Schule gelernt habe, kann ich komplett vergessen. Also die klassische Rohbeinbereitung hat mit dem Burgunder nichts zu tun. Überhaupt nichts. Stimmt sofort wieder auf einer anderen Rebstorte, beim Burgunder aber nicht. Also Phenolik ist ein großes Thema und sagen wir mal, der Alkohol spielt nachher auch wieder auf die Phenolik. Mehr Alkohol löst auch mehr Tannin. Die Fässer haben einen Einfluss, ist auch wieder Tannin ein Thema. Und also für mich ist Phenol ein Riesenthema und das andere ist die Säure. Ein guter Burgunder darf nicht zu spät gelesen werden, weil er hat seine Größe in der Tiefe der Weine, nicht in der Breite, in der Süße. Und die Säure spielt zum einen eine große Rolle für die Lagerfähigkeit, als auch bringt sie eine gute Balance zu der oft ausgeprägten Mineralik, weil, wie eben schon gesagt, ein guter Spätbrunner eben nur mit wenig Ertrag geht. Sind wir bei den Qualitätsparametern und bei der Tiefe und bei der Struktur? Alison, würde ich dich ganz gerne einfach nochmal ansprechen, als ich mit dir über Struktur gesprochen habe, hast du zu mir gesagt, was meinst du mit Struktur? Das ist das Wichtigste im Wein. Struktur ist sehr wichtig und genau wie der Benny sagt, es geht eigentlich um Balance und Gleichgewicht. Es gibt diese strukturelle Komponente, sprich Frucht, sprich Alkohol und dann Säure und Gerbstoff und wenn die nicht in Balance sind, im Gleichgewicht, dann hat man kein guter Wein. Also ist das absolut eine Selbstverständlichkeit, dass wenn man das nicht hat, dann gibt es nicht. Aber jeder Wein hat eine Struktur. Es kann sein, dass es eine sehr gute Struktur ist, weil es balanciert ist oder es könnte auch sein, dass es nicht so gut und nicht so balanciert ist. Und zurückkommend auf die Qualitätsparameter, Ikem, du hast vorhin gesagt, man muss sich Zeit nehmen und was steckt eigentlich hinter diesem Begriff für dich? Was macht das in Bezug auf die Burgunde aus, sich Zeit nehmen? Ich glaube, da hat mich der Bernhard unheimlich geprägt. Zeit zur Geduld, Zeit für Mut, Zeit für Leidenschaft tatsächlich. Also insofern alles auch ein bisschen mit, ja, ich glaube, mit sehr, sehr viel Geduld, Mut zur Geduld zu entscheiden. Ich glaube, prägend dort auch der Lesezeitpunkt. Gerade auch beim Spätburgunder, wo wir vielleicht bei den anderen weißen Burgunder-Riebssorten ein Zeitfenster von zehn Tagen haben, haben wir es beim Spätburgunder von drei Tagen, vier Tagen, wo man den perfekten Lesezeitpunkt erwischen kann. Dann insofern in der Verarbeitung, wir arbeiten sehr viel mit, eigentlich ausschließlich mit Spontanengärung, da auch sich den Hefen die Zeit zu geben, sich zu entwickeln, dieses, das, was sie vom Weinberg mitbekommen haben, unter dem Jahr, auch im Keller umzusetzen. Dann das Absetzen lassen der Weine, nicht mit einer Filtration einzugreifen, die Weine unfiltriert abfüllen zu können, vielleicht auch mal wieder umzudenken, mal eine Auszeit zu nehmen, zu überlegen, was machen wir eigentlich, ist das richtig, sich inspirieren lassen durch den Austausch auch mit anderen Winzern, Anbau, Anbaugebieten, da auch gerade mit dem Thema Klimawandel auch zu gucken, wie reagieren Regionen drauf, die es einfach schon ein bisschen wärmer haben. Ich glaube, da ist Zeit auch ein Thema. Wir haben das Glück, dass wir im natürlichen Rhythmus arbeiten dürfen, was ich persönlich unheimlich schön finde, aber auch hier vergeht irgendwie der Herbst immer schneller, auf einmal ist August und nicht mehr Oktober wie früher und Entscheidungen werden getroffen, auch wenn wir jetzt dieses, einfach mal die Entwicklung des Klimas betrachten, was du ja vorhin auch sehr, sehr schön beleuchtet hast. Was machen wir? Auch dazu einfach mal Zeit nehmen. Ändern wir jetzt Rebsorten, wir profitieren bei uns im Breisgau davon, dass wir so eine Vorbergzone in Schwarzwald liegen, kühlere Fallwinde, dort noch gewisses tolle Säurestrukturen mit sich bringen, auch noch genügend Niederschläge da sind, aber was bringt die Zeit? Also ich glaube, das ist ein großes Thema und täglich wird es in Form von Entscheidungen im Weinberg und im Keller, ja, werden wir damit konfrontiert und dürfen da reflektieren. Und was ganz, ganz toll ist, ich glaube, man merkt es auch, ist die Entwicklung der Generationen, wo man früher vielleicht noch ein bisschen sehr für sich das Rezept behalten hat, findet ein wahnsinnig toller Austausch statt. Also wir können in andere Anbaugebiete gehen für Praktika, wir können uns als Winzer untereinander austauschen, Geisenheim eine tolle Plattform, aber sicherlich alle Weinbau, Ausbildungsstätten, ja, die einzelnen Winzer, wo dann auch die junge Generation zusammenkommt. Ich glaube, auch dafür sollte Zeit sein, weil es eine sehr wertvolle Zeit ist. Was sagt ihr an der Ahr zu der Thematik, die IKM hat es gerade so schön gesprochen mit den Fallwinden, aber an der Ahr habt ihr den Kessel, es ist ein relativ warm, die Wärme kommt, obwohl wir relativ weit nördlich sind, ganz schön zum Tragen und Julia und Benni, wie geht ihr dieses Thema an im Wingert? Also schon mit, wir arbeiten, wir sehen uns noch nicht so, dass es bei uns so ganz warm ist im Kessel, weil wir ja schon noch sehr weit nördlich liegen, das heißt, wir haben grundsätzlich mal, glaube ich, schon noch den Vorsprung, sage ich mal, dass wir so hoch im Norden sind, aber klar profitieren oder haben gerade auch die Generationen vor uns davon profitiert, dass wir in so einem engen Kessel leben und dass wir auch hier überhaupt möglich ist. Also bei meinem Großvater, wir haben es auch eben schon gehört, gab es schon noch die Problematik, dass nicht alle Spätbegründer reif wurden und diese Problematik kennen wir jetzt so nicht mehr, das ist schon klar. Wir versuchen da aber weinbaulich halt ja auch, ich will nicht sagen, entgegenzuwirken, sondern mehr uns vielleicht anzupassen an die Gegebenheiten, die wir jetzt haben. Kürzere Lautwände zum Beispiel, im Begrünungsmanagement, natürlich auch den Lesezeitpunkt. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, um da nochmal auch auf die Zeit vielleicht einzugehen oder da eine Brücke zu schlagen, dass auch da halt wieder Alter der Reben uns extrem zugute kommt, weil wir schon das Gefühl haben, dass die Reben, die sehr lange stehen, halt eine höhere Widerstandsfähigkeit haben, natürlich an ganz andere Wasserressourcen auch drankommen und sich vielleicht auch über die Zeit besser an das Klima, was hier herrscht, dann angepasst haben. Und da profitieren wir schon auch davon, dass wir halt durch die Generationen, die vor uns oder viele Generationen vor uns, die halt schon Spätbegründe angepflanzt haben, ja da jetzt auch mit die Möglichkeit haben, einfach mit alten Reben in sehr guten Lagen arbeiten zu können. Ja, das ist für mich so eins der Resümes heute, die alten Reben, die glaube ich bei euch allen irgendwo an erster Stelle stehen. Was sagt ihr zum Einfluss des Jahrgangs? Alison, wie wichtig ist der Einfluss des Jahrgangs für dich? Also es hängt davon ab, ob du von einem Top-Weingut sprichst oder ob du von einem Markenwein sprichst. Wenn es ein Markenwein ist, dann muss es eine Konsistenz von Jahr zu Jahr geben, weil es sind Endverbraucher, die vielleicht weniger Verständnis haben, dass ein Wein nächstes Jahr ein bisschen anders schmeckt. So muss man alle Tricks im Keller ausnutzen, dass der Wein dann immer konstant im Laufe des Jahres bleibt. Aber natürlich in dem Top-Weinbereich, dann begrüße ich sehr, wenn es einen Jahrgangsunterschied gibt, weil das ist eine Spiegelung der Natur, wie es in der Tat war. Und das ist dann für mich sehr wichtig. Und Ikem oder Benni, Julia, wie seht ihr den Einfluss des Jahrgangs? Der spielt ja eigentlich auch eine immer größere Rolle, nicht nur in puncto Lagerung oder Lagerfähigkeit. Ich glaube, die Unterschiedlichkeit der Jahrgänge macht das Ganze spannend, dass wir einfach von Jahrgang zu Jahrgang Erfahrungen sammeln und dann sagen, okay, jetzt sind wir auf einen warmen Jahrgang vorbereitet. Dann kommen Niederschläge dazu oder doch Trockenheit oder einfach noch mehr Sonnenstunden. Und schlussendlich ist das, glaube ich, das Schönste, den Weinbergsboden zu transportieren, den Jahrgang zu transportieren und das bis auf die Flasche zu begleiten, dass nach einer Blindverkostung auch einfach mal reingeschmeckt werden kann und überlegt werden kann, hey, welcher Jahrgang kann denn das sein? Also der Jahrgang an sich ist von der Winifizierung her total spannend, auch in den Herausforderungen draußen im Weinberg, was Julia auch toll gesagt hat, mit kleineren Laubwanden reagieren, wenn es sehr warm ist, mit Entblätterung, ja, nein. Ich glaube, es fängt sogar schon an, auch für die Folgegenerationen auch was zu setzen, zu überlegen, hey, was soll denn in 40 Jahren auch von profitieren, wie werden die Jahrgänge da sein? Und vielleicht sind es, ich meine, jetzt sind es in letzter Zeit auch diese sehr warmen Jahrgänge unheimlich in aller Munde und was für eine Kraft auch gerade beim Spätburgunder, auch was für eine Farbe, der herauskommt. Es sind, glaube ich, nicht nur die warmen Jahrgänge, es sind irgendwie diese Feinheiten, der Jahrgänge, die schlussendlich dann auch ausmacht. Also nur ein warmer Jahrgang ist es auch nicht. Ein bisschen kühler darf dabei sein, damit diese Finesse und Eleganz, die der Burgunder braucht, immer mitspielt. Also ich persönlich bin großer Fan von den ausgereiften Gerbstoffen, die wir in den letzten warmen Jahrgängen miterleben durften und liebe es trotzdem, wenn diese Kühle, dieses Vibrierende, dieses Saftige und dieser Trinkfluss noch mitspielt. Und das die Unterschiedlichkeit der Jahrgänge reflektiert. Benni, was sagst du? Du siehst ganz zufrieden aus. Ja, ist einfach schön zuzuhören. Ich freue mich von der E-CAM so ein Hörspiel. Da kenne ich immer ganz viel über Burgunder und so, weil es halt auch die Themen, die dann selber im Kopf gehen. Und ich kann da mich dann so mit reindenken, wenn sie das erzählt. Bei mir ist es oft so, dass ich ja auch schon erlebt habe oder vielleicht anders angefangen. Ich glaube, viel Vertrauen und Erfahrung gehört da dazu. Die Jahrgänge einmal wieder mit der beschriebenen Balance, das ist eigentlich so mein Hauptziel immer. Also einen Jahrgang nicht so hinzubringen oder so, sondern wieder in die Balance zu bringen mit den Mitteln, die ich habe. Weil, wenn ich guten Weinberg habe, zum richtigen Zeitpunkt gelesen habe, da alles zu viel getan habe, perfekt sortiert, mich möglichst aus der Bereitung rausgezogen habe, alle Zeit, die der Wein braucht, dem gebe, dann bleibt eine Summe x übrig, der ich dann vertraue. Und es ist also gar nicht so selten, dass man nach einigen Jahren viel wieder lernt, weil man den Dingen so einen freien Lauf gelassen hat. Also es wäre glaube ich gar nicht so gut, wenn ich immer alles, was ich mir wünschen würde, auch bekäme. Sondern gerade ist diese Vielfalt, die Komplexität, genau das, was man vielleicht auch eine Verschiebung der Komfortzone, die man sich nie hätte reingewagt, die gibt eigentlich später den Horizont und immer mehr handwerkliches Rüstzeug, um die Jahre immer wieder besser einzustellen, besser zu nehmen. also deswegen diese Verschiebungen der Komfortzone, das hat was mit Erfahrungen zu tun, die man dann gewinnt und wieder einsetzen kann, aber auch Vertrauen, also ein Weinberg, der, ich habe Weinberge, von denen ich weiß, die bringen immer guten Stoff, der ist dann anders, aber selbst jetzt wegen Corona haben wir gesagt, wenn einer, wenn der Lese ausfällt, da haben wir auch schon mal gesagt, bei der und der Parzelle, können nicht am Telefon sagen, das ist dann vielleicht 100%, aber der würde zu 97% trotzdem ein Superwein werden, auch wenn ein anderer nachher im Keller ein paar Feinheiten gucken muss, weil der Weinberg das kann und so bildet man den Betrieb natürlich auch weiter aus. Dieser Weinberg wird selbstverständlich nicht ausgerissen, sondern die, die nach verschiedenen Jahrgängen gezeigt haben, das wird irgendwie nie so richtig bringen. Also ja, es ist viel Erfahrung, Vertrauen und der Betrieb baut sich nach und nach, glaube ich, baut sich ein guter Betrieb dann auch auf zu einer Kontinuität an Qualität, aber deswegen, ich mit dem mit Spätburgunder jetzt nochmal als Sorte, ich finde halt, wir fokussieren uns sehr auch auf den Burgunder, weil wir bei dem eine Bandbreite finden, also wo mir auch gar keine Rebsorte fehlt, mir persönlich jetzt einfach, ja, und da ist, glaube ich, die Erfahrung, die man mit einer Rebsorte gewinnt, hilft auch wieder in Kontinuität oder eben vielleicht dann mal ein Blanc zu machen oder ein Rosé, wenn es eben nicht der Rotweinjahrgang ist. Daniel, du bist der Einzige, der hier sehr freundlich immer die Hand hebt und es fällt mir zu spät auf, entschuldige bitte. Du musst lautstellen, Daniel. Vielen Dank, ich will das jetzt ja gar nicht unnötig verlängern, ich wollte noch eine Bemerkung sozusagen von der historischen Seitenlinie aus machen. Ich meine, die letzten 25, 30 Jahre haben den deutschen Winterschaft insgesamt ermöglicht, Weine auf einem historisch unerreichten Spitzenniveau zu erzeugen und Ausdruck davon ist ja unter anderem dieser trockene deutsche Spitzenwein, der vom VDP als großes Gewächs vermarktet wird. Also jeweils die absolute Top-Crew einer jeden Rebsorte, eines jeden Jahrgangs. Aber auch da ist es so, Stichwort Jahrgänge. Ich habe in den letzten Jahren viel mit einem Winzer zu tun gehabt, der in absoluten Spitzenlagen Pinose erzeugt, der aber jetzt zum Beispiel sagt, es wird aus dem Jahren 2020 und aus dem Jahren 2021 oder 22 wird es kein Grand Cru, kein GG geben, weil die Spitze nicht erreicht wurde. Also in diesem Jahr hat es im September geregnet, da kam auf einmal relativ viel Wasser in den Moss, also in die Trauben und das so, das und die Trauben waren im Sommer physiologisch nicht so reif geworden, weil die irgendwann alles eingestellt hatten. Ich finde, zu der Ehrlichkeit gehört auch zu sagen, wir können großartige Weine machen und wir können wirklich auch Spitzenweine machen, aber es gibt auch Jahre, in denen man die absoluten Spitzenweine nicht auf die Flasche kriegt. Das ist so ähnlich, wie man sagt, man kann in Burgund jedes Jahr in Grand Cru lagen, kann man Grand Cru erzeugen, aber es gibt Jahre, die einfach so kompliziert sind, da gibt es eben kein Grand Cru. Da gibt es vielleicht noch ein Premier Cru. Das finde ich jetzt ein wunderbares Wort zum Ende, lieber Daniel, bevor wir in unsere kurze Schlussrunde starten. Ich habe einfach mal eine Frage, die ich euch allen stellen würde und ich würde euch alle bitten, die zu beantworten und dann würde ich sagen, gehen wir in den wohlverdienten Feierabend und trinken unsere Burgunder leer, welche auch immer ihr im Glas haben solltet. Burgunder, Nisch oder Hype? Liebe Ikem, was würdest du sagen? Ich habe erfolgt, als ich deine Statistik gesehen habe, habe ich gedacht, okay, Burgunder nie in gewesen, jetzt haben wir die Entwicklung in den letzten Jahren gesehen, als nächstes kommt Silvana. Tatsächlich kann ich nur von mir persönlich sprechen, ich bin ein wahnsinniger Burgunder-Fan, ich glaube seit 20 Jahren, als ich das erste Mal mit Wein ganz bewusst in Berührung kam und ich glaube sogar, dass wir Richtung Hype gehen. Wir hatten diese Zeit mit Anything about Chardonnay, wo Chardonnay eigentlich schon auf dem absterbenden Ast war und wenn wir jetzt sehen, mit welcher Feinheit international Chardonnay definiert wird oder die weißen Burgunder, ich denke auch an, ich liebe zum Beispiel die Burgunder vom Salbei, vom Vulkan, aber auch, wenn ich dann an die A schaue, wie der Spielburgunder sich da entwickelt, mit welcher Feinheit, welcher Eleganz, welcher Finesse, ist es für mich persönlich auf jeden Fall eine tolle Richtung. Vielen Dank. Alison, was meinst du, Nische oder Hype? Nische nicht mehr, weil wir haben schon gesehen mit deinen schönen Zahlen, dass wir mehr als um die 30 Prozent von den ganzen Anbauflächen haben, also Nische ist es nicht mehr und nicht unbedingt, also eigentlich weder noch. Ich sehe Burgunder mit unheimlich viel Potenzial immer noch in Deutschland. Es werden spannungsvollere Weine erzeugt, die wirklich diesen Back to the Roots zeigen, wie wirklich der Boden und ja, alles, was damit zu tun hat, mit dieser Terroir zu tun hat. Und ich denke, deutsche Burgundersorten können ohne irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe auf die Weltbühne stehen, absolut ohne Probleme. Also ich bin ein großer Fan, probiere so viel wie möglich und denke, dass es auf jeden Fall immer noch Potenzial gibt. Sehr schön. Julia, Benni? Also für mich ehrlich gesagt weder noch auch, also der Benni hat es eben schon mal gesagt, ich glaube, wenn man an der A groß wird, wir haben immer ein bisschen gesagt, ich glaube, wenn wir beide an der Mose geboren wären, dann wäre es wahrscheinlich Riesling, aber wir sind halt an der A geboren und deshalb ist es schwer für Wunder und ja, weder noch im Prinzip auch ein All-Time Favorit so ein bisschen Also authentische Nische als Hype mit viel Belanglosung. Also dann lieber authentische Nische bleiben, ist eh schwer genug guten zu machen. Also Dinge werden sich entwickeln. Also also ich sehe bei allen Kollegen und mit dem ich zu tun habe, halt eine große Faszination, auch in dieser Kapazität, in der Schwierigkeit, diese Rebsorte anzubauen, das ist halt Königsklasse und das übt eine Faszination aus und ich glaube, das braucht der Spätbegründer, der braucht die Leidenschaft, das richtig, richtig gut machen zu wollen. Und ein Hype, das hat für mich immer was marktorientiertes. Ich glaube, das wird schwierig, da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner für so große markttechnische Themen, aber was ich sagen muss, die Entwicklung im Moment, glaube ich, könnte besser nicht sein, so kann ich sagen, auch meinem Gefühl. Sehr schönes Schlusswort, Benni, super. Daniel? Ich muss ein bisschen differenzieren, also ich bin gegenüber dem Grauburg und da etwas zurückhaltend, ich glaube, da ist so ein Hype-Moment drin, das ist so eine Ableitung von Pinot Grigio und dann hat man auch Grauburg und da das ist so ein Wein, der zu sehr vielem passt, aber ja, ich muss gestehen, ich habe in meinem Keller glaube ich nicht mal zehn Flaschen Grauburg und da Weißburg und da finde ich wahnsinnig spannend, da ist glaube ich noch sehr viel Luft nach oben, um den auch als als eine Weißhand Rebs zu profilieren gegenüber dem Riesling, ich finde es schade, dass es auf Kosten des Silvanas geht, weil ich auch finde, dass das Potenzial des Silvanas ist in Deutschland längst nicht ausgeschöpft, die Tapferen Franken halten immer daran fest und machen ein bisschen Weltklasse Silvaner, ja und mit dem Schwedburgunder, also wenn man sich überlegt, dass die ersten Winzer in Deutschland Anfang der 80er Jahre begonnen haben, überhaupt mit dem kleinen Holzfass sozusagen Burgunder auch eine solche balancierte Struktur zu geben, das sind 40 Jahre in der Geschichte des Weinbaus, das ist fast ein Wimpernschlag und ich glaube, dass da noch sehr, sehr viel Potenzial ist, was noch nicht gehoben ist, aber heute, das muss man eben auch sehen, in diesen 40 Jahren ist in Deutschland wirklich eine Rotwein-Revolution vonstatten gegangen, vor allem mit dem Pinot Noir, aber das gilt, das muss ich auch noch sagen, auch für den Lemberger. Vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ich fand es großartig und ich habe jetzt richtig Lust auf ein Spätburgunder Seminar, am liebsten würde ich gleich mit euch weitermachen, schauen wir mal, wie es geht und ja, danke euch allen ganz herzlich und einen schönen Abend in die Runde, tschüss. Ja, vielen, vielen, vielen Dank an alle, Moment, 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 noch nicht abwinken, noch nicht abwinken. Sekunde noch, Sekunde noch. Also erstmal tausend Dank an alle heute Abend und ich muss auch eigentlich einmal eine Entschuldigung an die Zuschauer schicken, dass heute die Fragen tatsächlich etwas zu kurz gekommen sind, aber das Programm war so pick-up-brankevoll, das ist einfach und so spannend, dass wir die Fragen jetzt, die jetzt noch offen sind, notiert haben und werden das in den nächsten Folgen definitiv versuchen zu beantworten. Sehr spannend ist, dass wir eigentlich ja als Corona-Projekt gestartet sind und mittlerweile wirklich zu einer festen Einrichtung geworden sind und ich höre mich gerade drauf, sorry, vielleicht und wir mittlerweile im Durchschnitt zwischen 200 und 300 Zuschauern agieren und nicht mehr in der ersten Folge tausend Zuschauer haben, weil wir sind total heffen über die Zuschauerzahlen und das ist richtig, richtig klasse und deswegen, also ich habe es ja gerade eben schon gesagt, wir machen auf jeden Fall weiter in 2023 und dementsprechend Andreas, du kannst uns nochmal sagen, was uns erwartet in 2023? Genau, dem kann ich mich nur anschließen, es ist wirklich super, wie sich das entwickelt hat und vielen Dank, dass ihr uns alle immer die Treue erhaltet, das hätten wir uns nicht gedacht, als wir angefangen haben, es macht sehr viel Spaß und wir machen weiter, wir haben heute die Termine für 2023 veröffentlicht, ich habe jetzt ein paar Mal schon den Link reingestellt, jetzt ist er nochmal drin, ich sehe im Chat, es ist durchaus das Verlangen nach einem Spätbundeseminar, Christina, ich kann euch sagen, das machen wir und zwar im Oktober, also im Oktober begangen ja, wenn wir das Thema vertiefen, dann geht es auch um Klone, Friedrich Wilhelm hatte eine Frage nach Klonen gestellt, das wollten wir dann heute nicht noch durchgehen, aber nächstes Jahr machen wir das auf jeden Fall und ich lese kurz vor, am 2. Februar geht es weiter und zwar machen wir das Thema Riesling, da wächst ja in Deutschland auch, dass wir die Karo Mauer betreuen, Master of Wine und am 2. 3. das Thema Daniel, Thema Silvana und das wird die Romana Echensberger betreuen, auch Master of Wine. Für die beiden Seminare könnt ihr euch schon anmelden, im April geht es dann weiter mit Süßwein, im Mai aromatische Rebsorten, Juni, Boden und Terroir mit Götz Drehwitz, dann machen wir eine Sommerpause, im September widmen wir uns nochmal dem Anbaugebiet A mit dem Alexander Kohnen, im Oktober dann, wie gesagt, Spätburg runter und ich hoffe, dass ich da einen Reverenten gewinnen kann, mal schauen, das steht noch nicht ganz fest, im November haben wir das Thema Wein und Speisen und im Dezember Sekt in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Sektverband. Den Link habe ich euch gepostet und ich würde sagen, jetzt, das war es für heute, ich wünsche euch schöne Feiertage und ich bin gleich wieder da. Sehr gut. Macht's gut. Vielen Dank von euch Jungs. Total super. Tschüss. Tschüss, danke euch schön. Tschüss.